Probiotät in deiner Bibel steht und wann musst du heiraten? Mit Alt. Du verlangst Alt von mir, verlangt auch von dir. Und drittens, ich habe die Zitaten der Kirche im Mittelalter, nicht einmal 500 Jahre, haben die geheiratet mit zwei und drei. Widerlegt das. Du kannst das nicht widerlegen. Und du redest von 1400 Jahren, wo die Feinde, Mohammed, keiner hat ihn beschuldigt. Keiner. Keiner hat gesagt, du bist Pädophilie. Aber ihr, weil ihr krank seid. Du denkst so, vor 100 Jahren, die Christen hier heiraten auch jung. Aber nur jetzt, weil die Welt ist verändert. Auf einmal ist 19 Jahre, 18 Jahre. Verstehst du? Also, und sagst mir bitte, wie kann dein Gott hat vier Huren, vier Huren dein Gott? So, wir gehen jetzt ein anderes Thema. Jetzt haben wir erledigt mit Reiche und kleinen Heiraten. Jetzt kommen wir zu die Huren in deiner Bibel. Warum Jesus hat vier Huren in seinem Staunbaum. Entworte mir. Das verlang ich von dir. Bin ich jetzt dran? Ich dachte, danach ist ein Christ dran, dass das abwechseln geht. Haust? Keine Ahnung. Also, ich muss mich noch damit einschalten. Also, ja. Ja. Weil du hast dir die ganze Zeit gewartet. Ja, ja. Aber es macht ja Sinn. Christ, Muslim, Christ, Muslim. Sonst muss ich da ja noch mehr merken. Der arme Kerl, der ist ja jetzt schon begraben. Okay, dann mache ich dich mal. Ich mache mal Papel. Ich mache mal Papelus wieder. Okay. Warte mal. So. 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 Okay. So. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Warte mal. So. So. Okay. Ach, geil, ey. Das ist doch heftig. Nur fangen wir mal an. Erstens hat der Römer nicht darauf geantwortet, dass Aisha nicht freiwillig eigentlich geheiratet hat, weil er steht so in Zayalbukhari. Aber er antwortet nicht drauf. Es interessiert ihn nicht. Unter den Teppich kehren ist auch eine Antwort. Dann können wir ruhig diesen Thema beenden, weil die Zuschauer können dann selber ihre Meinung bilden. Ich weiß, was ich gelesen habe. Du weißt, was du. Also die wissen, was du ja angeblich zitiert hast. Keine Quellen denn? Maria war erstens nicht zwölf. Du kannst nicht mit der Kirche ankommen. Bitte. Ja. Ich glaube nur an die Bibel allein. Nur Gottes Wort. Das ist mein Maßstab. Wenn du ein Problem damit hast und keinen Widerspruch findest, ja gut, dann kannst du deinen Islam gehen. Da findest du viele Widersprüche. Kannst du viel finden. Dann gibst du die nächste Sache. Du sagst, der Heilige Geist hat Maria. Wie redest du? Wie redest du? Pasch deine Zunge mit Seife, mein Lieber. Aber das ist dein Islam. Du machst gerne Werbung dafür. Keine Liebe, merke ich. Und da sehen wir, wenn Gott sagt, ja, es geschieht, dann geschieht es, ja. Philippa Kapitel 2, 6-8. Gott wurde Mensch, als Mensch erfunden, als Knecht. Das heißt, der Mensch wurde erschaffen in Marias Bauch. Aber nicht gezeugt, so wie er es dann so betitelt, sondern gezeugt. Einfach so, du wirst, dann bist du erschaffen. Nicht durch ein Geschlechtsacker. Aber anscheinend braucht Allah Geschlechtsacker, um ihm was zu erschaffen. Ihr kennt es, ne, diese gewisse Begrenzung in Allah. Da hat ja gewisse Einschränkungen. Weil Allah kann ja nicht Mensch werden, da wissen wir ja auch. Ach ja, warte, nein, Allah wurde ja ein Bein. Wir wissen es doch, in Sahya Bukhari, wo er ein Bein war, Allahs Bein wird ihm betönt. Oh, Allah wurde Mensch. Ja, sehr schön. So, 68, Vers 42, da gebe ich dir den Koran. Und dann gebe ich dir jetzt noch einmal den Hadith dazu. Das ist Allahs Bein, Sahya Bukhari. Das haben wir sofort gefunden. 7, 4, 3, 9. Da steht drin, so, und niemand wird zu ihm sprechen, außer den Propheten. Und dann wird zu ihm gesagt, kennt ihr irgendein Zeichen, an dem ihr ihn erkennen könnt? Sie werden sagen, das Schienbein. Und so wird Allah dann seinen Schienbein entblößen. Woraufhin sich jeder Gläubige vor ihnen niederwerfen wird. Und es werden diejenigen bleiben, die sich vor ihnen niederwarfen. Nur um anzugeben und einen guten Ruf zu verlangen. So, 68, Vers 42, gebe ich euch noch als Koran. Quelle dazu, dass ihr seht, Einstimmigkeiten. Dann schauen wir noch mal was rein. Er kommt nur immer mit 1. Korinther 7 an, mit 36. Über die Reife. Du musst lesen, aber du kannst anscheinend nicht lesen. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ich weiß, haben die. Da steht, über die Reife. Aber kannst du ja nicht sehen. Und ich habe nicht verlangt. Gib mir ein Alter. Habe ich nie verlangt. Das ist hier keine Lügen. Also brauche ich dir auch keinen Antwort geben, weil du bist ein Lügner. Denn einfach Reife. Über die Reife heißt, geistliche Reife und die biologische Reife. Was du nicht verstehst. Hast du beides anscheinend nicht. Dann gehen wir weiter. Dann müssen wir noch ein bisschen schauen, weil du ja unbedingt einen Themawechsel machen möchtest. Ist doch kein Problem. Jetzt frage ich dich, mein Lieber. Die machen mir gerne einen Themenwechsel. Wie du es wünschst, erfülle ich deinen Wunsch. War Mohammed von Teufel besessen? Lesen wir. Sayyad Bukhari 3175. Aisha berichtete, der Prophet wurde verhext, weshalb er begann zu fantasieren, etwas getan zu haben, das er tatsächlich niemals getan hat. Also sehen wir, dass in Sayyad Bukhari 3175 Mohammed verhext war, aber es widerspricht doch Suche 1542. So gegen die Muslime und einer seiner Ehefrauen Mohammed war besessen. Doch das geht gegen das, was der Koran Suche 1542 sagt und verspricht. Gewiss über, ich zitiere, da hat Allah gesprochen gegenüber den Shetan. Gewiss über meine Diener hast du keine Macht, außer wer dir von dem Verirrten folgt. Zwei Optionen. Ist jetzt Allah ein Lügner oder ist Mohammed ein Verirrter und kein Prophet? Von den zwei Optionen kannst du auswählen. Und wenn du sagst, wo war er besessen oder hier irgendwas? Erstens, verhext war er. Und zweitens, Mohammed hat doch selber gesagt, dass er besessen ist. Ich gebe dir noch eine Quelle, weil ich bin ein Freund der Quellen und mit deinen Quellen und nicht mit eben welchen Quellen, die gar nicht existieren. Dann nehmen wir nochmal die andere Quelle. Warte bitte. So, da haben wir erstmal Sunan Nassasai 3960. Da steht, ich suchte nach den Gesandten Allahs und legte meine Hand auf sein Haar. Er sagte, dein Shetan ist zu dir gekommen. Ich sagte, hast du keinen Shetan? Er sagte, ja, aber Allah hat mir bei ihm geholfen. Also hat er es sich ergeben. Lesen wir noch an der Stelle. Sei Muslim 2814a. Es gibt niemanden unter euch, mit dem nicht eine Attasche aus dem Kreis der Djinn-Teufel verbunden wäre. Sie, die Gefährten, sagten Allahs Gesandter. Auch bei dir? Daraufhin sagte er, ja, auch bei mir. Ja, aber Allah hilft mir gegen ihn. Und so bin ich vor seiner Hand sicher. Und er befiehlt mir nichts anderes als zum Guten. Aber er war besessen in der Zeit. Also Suru 1542 hat dir Knockout gegeben. Tja, haben die. Bist du fertig? Deine Hände jetzt, deine Hände, deine Hände jetzt. Deine Hände. Du spielst nach. Du spielst mir gerne. Jetzt, du spielst mir gerne. Du spielst mir gerne. Du musst bei Suru 865-66 bleiben. Nein, 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 nein. Ich antworten dir gerne. So, wer ist jetzt an meinem Mic und dann kann ich antworten. Nein, 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 die muss mir antworten. Ja, ich antworte dir. Ich mach schnell und ich geb dir von meiner Zeit, okay? Okay. Ich will dann auch. Du hast gesagt, du hast gesagt. Alles gut. Okay, du hast gesagt, dass der, wie kannst du so reden? Heiliger Geist, ja, steht in deiner Bibel, Lukas 2. Da steht in deiner Bibel. Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Ich war leiser. Lass mich ausreden. Okay? Sei bravo. Aber Rato, du musst denn bitte sprechen. Der Heilige Geist kommt über dich. Die Kraft Gottes wird dich bedecken. Vergiss, der Heilige Geist hat dich gewonnen. Du hast gesagt, erschaffen. Ah, Jesus erschaffen. Ach so. Du bist Muskel, oder wie? Wie sagt? Was? Du hast gesagt, Jesus erschaffen. Das heißt, du bist ungläubig. Wir glauben, dass Jesus erschaffen. Aber du hast jetzt mit deinem Menschen geworden. Gott Menschen geworden. Und deine Bibel sagt, Gott, keiner Mensch. Ich bin Gott, keiner Mensch. Knockout. Dass du nie wieder mit Hamdi debattierst. Jesus, knockout. Stoß, 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 stoß. Warum redest du hier? Warum redest du hier? Warum redest du hier? Warum unterbrichst du mich? Lügen, Paulus. Wieso unterbrichst du mich? Okay. Weiß gar nicht, aber Paulus. Okay. Okay, warte mal, warte mal, lass mich ausreden. Du hast gesagt, Allah beine. Er sagt, Allah beine. Hör zu, hör zu, hör zu. Mann, Allah hat beine. Lass mich ausreden. Ich weiß, du bist begraben. Allah beine. Ja, Allah, wie ihm gebühren. Allah sagt im Koran, lege sich mit dir. Es ist ihm nicht zu vergleichen. Fertig. Aber hör zu deiner Bitte. Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Angst hat, siehst du. Zuschauer, siehst du, wie die Angst haben. Siehst du. Leise. Du hast von meiner Zeit weggenommen zu viel. Also, dein Gott sagt, in Exidus 32. Wenn meine Herrlichkeit vorüber zieht, stelle ich dich zwischen die Felsen und habe meine Hände über dich, bis davor rüber. Dann ziehe ich meine Hand zurück und wirst du meinen Rücken gehen. Dein Gott hat einen Rücken. Das ist verrückt. Zweitens. Psalm 18, 9. Rauch stieg auf seiner Nase. Dein Gott hat eine Nase wie eine Dämon. Steigert ein Rauch von seiner. Und hat einen Mund, wo Feuer kommt. Psalm 18, 9. Dein Gott ist wie einer. Lass mich ausreden. Warum habt ihr Angst jetzt? Ja, Kaffir, halt den Mund. Ja, Kaffir. Ja, Kaffir, halt deinen Mund. Was soll das jetzt? Warum? Lass mich nicht ausreden. Jetzt kommt der Schreck. Es ist meine Zeit. Leute, der sagt, der färbt seinen Bart. Es ist meine Zeit. Ja, Kaffir. Ja, Kaffir. Du laufst weg. Ja, Kaffir. Du laufst weg seit Jahren von mir. Halt deinen Mund. Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Bullshit. Lass mich ausreden. Das ist ein einziges Mager. Lass mich ausreden. Ja, Kaffir. Ja, Mensch, schöner, bitte. Lass mich ausreden. Komm, habt ihr Angst? Also, lass uns sagen. Bruder Amir, Bruder Amir, Bruder Amir. Christen, habt ihr gesehen, wie diese Scharlatane Angst haben? Habt ihr gesehen? Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Du hast gesagt, Gott hat erschienen. Ihr dreckiger Pavlos, nicht weglaufen. Jetzt bin ich dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Amir, Amir, du bist eine Käfig. Du bist eine Lügne. Du hast Angst, seit zehn Jahren bist zu debattieren. Okay? So, Harron, gehen wir raus. Das sind Lügner- und Angsthasen, Harron. Amir, du betest einen Lego-Baustein an. Ja, und du bist eine Pidophilie, der schwingt seine eigene Mutter. Boom! Nein, 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 nein. Seine eigene Mutter hat sich gewendet. Ja, Horst, wo bist du, ja, Horst? Ja, Horst, wo bist du? Ja, Horst, wo bist du? Warum hast du mich nicht losreden? Da haben wir meine Zeit weggenommen. Weil jetzt ist mein Feld, ich spiele in meinem Feld, damit begraben. Ja, Amir, halt deine Fresse. Ja, Amir, halt deine Fresse. Warum habt ihr Angst? Lass mich dochs reden. Was soll das jetzt? Was soll das? Ja, und deiner Gott hat geschwägt mit seiner eigenen Mutter. Bis dies Fuß auf den Kopf hat an. Ja, Horst, ich bin gekommen zu dir, aber du ehrlich bist, warum? So, da sind wir jetzt wieder, meine Lieben. Ich will nicht lang geredet. Warte, haben die Wadokkang. Haben die Wadokkang. Ja, ja, du musst auf meine Aussagen eingehen. Was soll das jetzt? Was ist meine Theater hier? Du nimmst meine Zeit, subhanallah. Also, du hast gesagt, Beine. Ich frage, ich antworte die. Allah hat Beine. Allah sagt den Koran, leise kemiflihi chay. Ich sage es mir, eine 4, wobei die steht, leise kemifli chay. Findest du das nicht? Es ist ihm nicht zu vergleichen. Allah ist er mächtig. Hat einer Beine wie ihm gebührt. Wie? Ich weiß das nicht. Aber dein Wort hat einen Rücken. Dein Gott und Psalm 18, 9. Rauchstieg aus seiner Nase, hat eine Nase, kommt Rauch. Und Mund verzehrt in der Feuer. Hat Feuer von seinem Mund. Ist ein Drache, dein Gott, ein Dämon. Du bist ein Dämon. Das ist dein Gott. Und Psalm 18, 9. Okay. Psalm 58, das ist der Knockout. Pavlo, Pavlo, Malius, Schoblos. Hör zu. Psalm 58, seiner Beine. Dein Gott wo? Jesus Beine wo? Wenn er Vergeltung sieht, freut sich der Gerechte. Er badet seine Füße im Blut. Seiner Füße wird das gebaden im Blut. Dein Gott, sein Monster liebte Blut. Okay. Also. Du hast gesagt, der Korintherbrief. Steht dort 18? Steht dort Reife? Nein. In Griechen, ich glaube, Schoko kann mich korrigieren, steht nicht Reife dort. Also, gib mir von deiner Bibel Pubertät. Gib mir. Das steht dort. Bei uns gibt es, wenn die Errechte Pubertät, darf sie heiraten. Bei euch nicht. Nicht. Jesus sagt so, du sollst Mohammed besessen. Mohammed besessen. Hey, schämst du dich nicht? Mohammed a.s.w. nicht besessen. Haben ihn sicher gemacht und nicht besessen. Nur eine Sache vergisst, ob er geschlafen mit seiner Familie oder was gemacht hat, mit seiner Familie oder nicht. Mehr nicht. Botschaft, alles klar. Und die Propheten, die Engel sind zu ihm gekommen und hat gesagt, Urquike. Das heißt, ich heile dich. Du kannst auch Kupfer haben. Und wir sagen, Urquia. Nicht Urquizism oder wie heißt er bei euch katholisch. Nein. Aber dein Gott wird verführt von Satan persönlich. Stell dir vor, Jesus erschaffen das Satan. Satan weiß, dass das ist sein Gott. Und was macht er mit ihm? Er bringt ihn auf einen Berg. Er bringt ihn da. Komm, bettet mich an. Komm, ich gebe dir diese Welt. Und diese Welt, aber. Jesus sagt in Johannsbrief. Diese Welt, alles ist mir gegeben von meinem Vater. Und das Satan sagt in Lukas 4. Diese Welt gehört mir. Ich gebe dir das. Widerlegt das. Gehört das Satan dieser Welt oder Jesus? Du hast gesagt. Okay. Mohammed hat ein Satan mit ihm. Jeder, das glauben wir. Dass jeder hat eine Satan. Nicht Satan, aber hat eine. Wie sagt man das? Karin. Er flüstert ihm. Das zu schlecht machen. Schau, schau. Dieser Hadith hat es gebringt. Ein Knockout für dich. Mohammed a.s. sagte. Und Allah hat mir geholfen. Hör zu. Allah hat mir geholfen, dass er Muslim geworden. Er befällt mir nur das Gutes. Aber teiner. Paulus in der 1. Korinther 12.7. Hode 7.12. Er sagte. Das Satan war mit mir. Er war mit mir besessen. Paulus und Satan. Und ich habe. Und ich habe. Er sagte. Paulus. Und ich habe Gott gefliegt. Dass er mir hilft. Er sagte. Nein. Meine Glade genügt dir. Das heißt. Das Satan noch immer bei ihm. Hat ihm Gott nicht geholfen. Aber Mohammed. A.s. Gott hat ihm geholfen. Und Satan ist Muslim geworden. Knockout eine nach den anderen. Ihr könntet nur kommen mit Aisha. Aisha. Antworten. Peter. Antworten. Peter. Jesus. Erschaffen seiner Mutter. Weil er ist goldig. Und danach schwingt sie. Antworten. Das ist pädophilisch. Ich gebe Joker. Meine Minute 25 Sekunden. Peter sehr. Joker bist dran. Moderator. Kannst du Joker geben meine Zeit? Ich gebe ihm. Ich bin zwar nicht Joker. Aber ich nehme die Zeit trotzdem gerne. Ich würde gerne von unserem Ex-Muslim wissen. Der ist heute weggerannt in seinem Stream. Unser lieber Ex-Muslim. Er ist heute weggerannt. Der rennt ja vom Joker auch schon weg. Ich würde gerne wissen. Jesus ist doch angeblich aus dem Samen Davids. So soll der Messias ja kommen. Aus dem Samen Davids. Wieso sammelt der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater, also von Jesus dann, die Vorhaut als Morgenbrautgabe? Für diejenigen, die das nicht wissen, erster Samuel fängt es nämlich an, bei 1825. Bedingung gemacht. Wo, Pablo, wo, ist das die, wie soll ich sagen, das Vorbild? Ist das der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater? Ist das so die Ahnenreihe, wo man sich wohl fühlt, wo man mitgeht? Und dann hat er gesagt, Jesus wurde nicht gezeugt. Was für ein Quatsch. Sag nicht Hebräer 5,5, so hat auch der Christus sich nicht selbstverherrlich, um hohe Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Ihr münzt es doch auf Jesus. Ihr sagt doch, da ist die Rede von Jesus. Also ich meine, Hebräer, wir wissen alle nicht, wer es geschrieben hat. Augustinus hat es auch zugegeben. Kann ich gerne die Quelle alle geben. Ich bin auch jemand, der mit Quellenarbeit, Pavlos, falls du mich noch nicht kennst. Aber hier heißt es doch, mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Und wenn das auf Jesus angewendet wird, ja, dann bitteschön. Ja, so, das nächste ist, wie viel Zeit habe ich noch? Drei, irgendwas? Bitte? Irgendwann hat reingeredet. Ich würde auch noch gerne wissen, wieso der Host es zulässt, mit seinem christlichen, wie soll ich sagen, heiligen Geist, dass hier so durcheinander geredet wird. Dafür nutze ich noch gerne meine Zeit. Und dass die Christen hier reinreden dürfen. Die Muslime haben die Klappe gehalten. Ich habe sogar meine Zeit, wo ich hatte, Herr Lieber Evangelist, habe ich gegeben, habe gesagt, warte, der Fairness halber, ein Muslim hat gesprochen, der Christ sollte die Möglichkeit haben, direkt darauf zu antworten. Ja, und das hast du gemacht, ich habe das auch gegeben. Und dann wird hier ein Durcheinander und du bist zehn, gefühlt zehn Minuten bist du nicht da. Jetzt können die Christen hier reinschreiben, höll doch, traurig. Ihr redet immer von Gerechtigkeit. Ihr sagt, die Muslime würden sich nicht an Recht und Ordnung halten. Wir haben heute gezeigt, wir haben das gemacht. Uns wurde das Recht abgeschnitten. Wir durften nicht reden, wir durften nicht ausreden, haben die durfte nicht zu Ende sprechen und so weiter und so fort. Und die Christen haben hier durchgeredet. Der Ex-Musli hat sich hier auch noch daneben benommen. Oh, was will ich gar nicht reden? Herr Pablo hat sich so hingestellt, als wäre er etwas. Laut Sprüche 17, 5 und Sprüche 24, 17 bis 18 dürfte er eigentlich nicht mal sich über irgendjemand anderes lustig machen. Aber so viel zum Thema, dass er seine Bibel nicht kennt. Ja, so viel erstmal dazu. Und erklär mir doch mal, bitte, lieber Ex-Muslim, du hast heute gesagt, der Tanach, ich habe mich weggeschmissen. Du hast zu einem anderen Muslim, der ein bisschen nett zu dir war, hast du gesagt, ja, der Tanach, der wurde vom Mose geschrieben. Gib mir den Beweis, dass der Tanach von Moses geschrieben worden ist. Ey, du kennst deine Bibel nicht, hast da komischerweise durch deine Hetze so viele Abonnenten gekriegt, das ist ja schon abenteuerlich. Und weißt nicht mal, dass der Tanach nicht von Moses geschrieben worden ist. Sondern der Pentateuch, angeblich. Und selbst da sind sich die Rabbiner nicht 100% einig, weil es die Frage nämlich offen lässt, wie Moses seinen Tod beschreiben konnte, schon festhalten konnte, wo er noch gelebt hat. Das ist abenteuerlich. Und deswegen sagen die Rabbiner, viele davon, das wurde vom nächsten Propheten geschrieben. Aber davon hast du natürlich keine Ahnung, weil du redest ohne Wissen. Ja. Ich gebe gerne noch mal eine Minute dem Joker. Barakalafikum. Ich möchte dir kurz eine Minute was sagen. Eine Minute, ja. Es gibt dieser Konvertit, dieser kranke Konvertit, dieser von Kalima TV, der ist nicht mehr in der Lage, wenn man zuzuhören. 1. Korinther 6, Vers 9. Du kommst in die Hölle, wenn du beleidigt. 1. Korinther 6, Vers 9. Ich möchte was über den Tanach sagen. 1. Korinther 6, Vers 9. Du kommst in die Hölle. 1. Korinther 6, Vers 9. Du kommst jetzt hin mir Hancock. 1. Korinther 6, Vers 9. Du kommst jetzt hin zur Hölle. ich habe jeweils zwei minuten bekommen und die würde ich gerne nutzen ich will doch nur was sagen Hör auf da reinzuklappern. Hör auf da reinzuklappern. Hör auf da reinzuklappern. Hör doch bitte zu. Hör auf reinzuklappern. Hör auf reinzuklappern. Gehen deine Ringernägel lackieren. Dann können wir weiter mit. Hör auf reinzuklappern. Wie kann man überhaupt so ein Clown wie dich ernst nehmen? Wer kann überhaupt so ein Clown wie dich ernst nehmen? Wer kann die Fußnägel lackieren? Schämst du dich nicht, dich Muskel zu nennen, um Fußnägel zu lackieren? Schämst du dich nicht, die Fußnägel zu lackieren? Amir, 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 bitte. Geh nicht auf Privatsachen. Und hol ich. Nein, nein, ich erlaub mir. Und du schämst dich nicht? Du schämst dich mit Katharina, was du mitgemacht hast. Was hast du mit Katharina gemacht? Was hast du mit Katharina gemacht? Lass mich nicht. Lass mich nicht deine Blutstellen. Lass mich nicht deine Blutstellen. Lass mich nicht dich Blutstellen. Mit Katharina in den Hutten. Okay? Amir, 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 bist du bereit für deine Todesstrafe? Amir, leise. Lass mal den Evangelist reden jetzt, bitte sehr. Lass mich den Evangelist reden. Und zur Tour, du musst ja gebütet werden jetzt. Bist du bereit für die Todesstrafe? Hallo mein Lieber, hallo mein Lieber. Und zur Tour, bist du bereit? Amir, ja Amir. Lass mal diesen Typen da reden. Lass mal den Ballern. Evangelist, bitteschön, darfst du reden? Ja. Lass mich ihn. Evangelist, bitteschön, darfst du reden. Können wir jetzt noch was rein? Ich bin alt nur roten. Ich bin alt nur roten. Ja, ich möchte da meine Zeit jetzt nutzen. Okay. Du bist nicht dran. Ich bin jetzt dran. Weil ich kurz das habe. Eine Minute von ihm. Nein, jetzt eine Minute. Pavlo, Pavlo, eine Minute hat der Bruder gegeben. Nein, das ist gut. Darf eine Minute bist du dran dann, okay? Na, bist du dran? Amir, akkumte. Okay, Joker, bitteschön. Also, Ex-Müsli hat mich hier dreimal beleidigt. Laut 1. Korinther 6, Vers 9 kommt er in die Hölle. Sowohl Lästere, als auch Beleidigende, als auch andere. Viel Spaß mit Paulus in der Hölle, du Lulatsch. So, wo machen wir weiter? Hier ging es eben um Weine. Ich habe das gehört. Unterbrich nicht, unterbrich nicht. Ich weiß, du hast Angst. Unterbrich nicht. Viel Spaß in der Hölle. Ja, steht in der Bibel. Du kommst in die Hölle. Was machen wir jetzt? Läst den Raum, vielleicht in die Kommission. Ich weiß, wer ist diese Woche? Sechs Müsli. Sechs Müsli. Ja, Amir, was in die Hölle? Was soll das jetzt? Zeig, dass du Wissen hast, okay? Zeig, dass du Wissen hast, okay? Ja, zeig, dass du Wissen hast, okay? Ja, okay, alles gut. Amir, alles gut. Amir, ist das dein Bruder? Alles gut, Koffer pur. Alles gut, Koffer pur. Wie ist das dein Acht? Evangelist, ich möchte bitte meine Zeichen bezeichnen. Über meine Koffer ist muslimus. Ich werde immer unterbrochen. Gib mir bitte meine Zeit. Kannst du noch zwei Minuten abbrechen? Ein, zwei Minuten oder anderthalb Minuten bitte. Wie wie? Evangelist, kannst du noch die Zeit bezeichnen? Amir, amir, nicht lachen. So, Bruder, ich bin nur eins sagen mit der Zahnlacht, na? Warte, 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 warte. Aber du musst dich nicht sagen. Amir, warte, warte, warte. ich bin wieder dran ja das ist ja super joker dran das muss fair sein aber warte mal danke danke warte warte amir ich danke dir ja das ist fair das ist jetzt okay das ist ja okay das ist wirklich fair also dann mache ich noch mal schnell ex muesli viel spaß in der hölle du hast mich dreimal beleidigt mindestens laut erste korinther 6 vers 9 kommst du auf jeden fall in die hölle auf jeden fall und wer vor allem bewusst immer wieder sündigt und ich weiß dass du bewusst mutwillig immer wieder beleidigt der kann auch nicht buße tun und bereuen wer einmal von gottes gnade abfällt ja das steht in hebräer 6 vers 4 bis 6 der hat keine möglichkeit mehr darauf buße zu tun oder zu bereuen wer einmal abfällt ist raus und das hat mir sogar dein bruder rosa also resa arapur bestätigt wer einmal von gottes gnade abfällt könnt ihr in meinen videos gucken der ist für immer raus ex muesli du kommst safe so oder so eine million prozent in die hölle so machen wir weiter mit kinder ehe kinder ehe findet man ganz viel im judentum und christentum tatsächlich sind sie der erfinder von kinder ehe warum ganz normal jüdischer brauch mit zwölf spätestens wurde eine frau verheiratet gang und gäbe ganz normal deswegen war auch maria zwölf steht auch in proton jakobus und mit zwölf war sie verlobt und hat auch jesus auf die welt gebracht ob sie eine zwölfjährige hat euren gott auf die welt gebracht geh mal in eine katholische kirche lieber paulus lügen paulus geh mal in eine katholische kirche heute kannst du immer noch als frau 2023 mit 14 jahren heiraten ich wiederhole heute im jahre 2023 kannst du immer noch als eine frau in einer katholischen kirche mit 14 jahren heiraten und ob sie und jetzt kommt der top noch rebecca was drei sekunden nein okay erster unter sieben steht immer noch ab der geschlechtsreife während über die reife noch bis ab der ersten blutung kann eine frau schwanger werden und ist voll geschlechtsreif hat sich immer noch nichts daran erhält jetzt die klappe die erste lüge ging ja schon los dass du gerade eben gesagt dass mit hebräer sechs das ist nämlich ganz falsch ausgelegt von dir und das geht um menschen beziehungsweise um christen die vom glauben abfallen und zur erneuerung nicht mehr erneuert werden können und zum glauben finden dass es hebräer sechs du schwach mal entschuldigung wenn ich das sagen muss aber das ist so es hat nichts mit beleidigen zu tun aber wenn du unsere schrift so falsch deutet so wie die auch erste korinther 7 vers 36 deutet dann wissen wir schon was für ein hampelmann du bist du hast keine ahnung von den schriften und versuchst dich jetzt hier bei uns irgendwie einzuschleichen und versuchen die ganzen christen so ein bisschen durcheinander zu bringen aber die christen sind schlau nicht wie die muslime die ihr verstand ja in allahs bein reingehämmert haben und nicht mehr verstehen dass allahs bein dass die euer verstand wieder aus allahs bein rausholen ist in erste korinther sieben in der erste konnte 6 6 6 erst konnte 7 36 geht es darum dass nicht kinder damit gemeint sind sondern über ihre reife hinaus das griechische wort ist hyperakmos aber du bist ja nicht in der lage eine wortstudio zu unternehmen weil du bist der joker du bist viel mehr damit beschäftigt die die fingernägel zu lackieren und die beste farbe auszusuchen natürlich kannst du dann nicht eine wortstudio unternehmen um herauszufinden was der apostel paulus meint der über dein muhammad und allah steht und er sagt eindeutig dass sie über die reife hinaus und wenn du eine wortstudio unternehmen siehst du dass die über die reife hinaus bedeutet über ihre volljährigkeit das kann jeder von euch nachschlagen und daran siehst du dass der gott der bibel mehr moral hat und mehr ethik und anstand als dein gott der in surah 65 vers 4 sagt dass die kleine babys heiraten dürften dürfte es gibt kein gewisses heiratsalter und all die all maudud ein klassischer tafsir gelehrter der sagte eindeutig dass die muslime kleinkinder heiraten dürfen genau wie der prophet muhammad das getan hat mit sechs jahren hatte ein kleines kind geheiratet die mit puppen gespielt hat und mit neun jahren hat er sie entjungfert und das könnt ihr alle nachlesen in sahih al-bukhari 61 30 und sunan abidawud 21 21 da haben wir genaue zeitangaben und genaues alter wo die archer selber sagt er hat mich geheiratet als ich sechs jahre alt war und hat die ehe mit mir voll zu vollzogen als ich neun war und ich habe meine puppen mit rausgenommen welcher von euch wahnsinnigen muslime würde in die fußstapfen seines eigenen propheten treten und ein sechsjähriges mädchen heiraten und mit neun jahren entjungfern und dieses kind was ihr dann anfasst hat noch spielt noch mit puppen ich garantiere euch ich würde euch von oben bis unten anspucken wenn ich das sehen würde so ekelhaft ist das und jetzt möchte ich dass ihr euren propheten auf schritt und tritt folgt und ihm nachahmt wie allah sagt in surah 33 vers 21 ihr habt dann an dem gesandten allahs das schönste beispiel für alle diejenigen die auf den tag des jüngsten gericht hoffen also wenn ihr also gute muslime seid dann folgt ihr eurem wundervollen propheten und heiratet ein sechsjähriges kind und entjungfert sie mit neun und das schlimme daran ist ja dass die heutigen muslime in den arabischen ländern dass diese kinder ehe weit verbreitet ist und sie heute noch in die fußstapfen ihres propheten treten und das nicht als schlimm ansehen haben die und joker und diese ganze banden hier sie schämen sich für den koran und für ihr vorbild aber die in den islamischen ländern schämen sich nicht und heiraten bis heute kleine kinder wir sehen dass sie sogar in ihren hochzeitsnächten am verbluten sind aufgrund einer ekelhaften sekte die ihr rausgehauen habt der teufel wütet dem islam und das sieht jeder den koran kann man nicht mal mehr ernst nehmen mohammed als vorbild muss man sofort ablehnen er wurde vor er war von satan besessen er wurde von afrikanern beritten schwarzafrikaner haben den propheten beritten das befindet sich in musnat ahmad band 1 seite 399 wo schwarzafrikaner nackt auf den propheten rumreiten und der von satan besessen war und ein jude sogar die macht über ihn hatte und ihn verhext hatte er sich vorgestellt mit seinen frauen zu schlafen obwohl er es niemals getan hat also welcher mensch der bei klarem verstand ist kann so einem menschen folgen ihr folgt mohammed abgrund in den in den abgrund direkt straight durch wer kann einen blind kann ein blinder einen blinden führen sagt der jesus niemals beide fallen in die grobe und ihr seid zum scheitern verurteilt weil der islam eure gehirn kaputt gemacht hat das ist das ihr seid nicht mehr in der lage ihr habt keine geistes unterscheidung mehr das ist das große problem dann wollt ihr mein herr jesus christus mit eurem allah vergleichen wo mein herr jesus christus die form eines menschen angenommen hat ein perfekter mensch wurde was ist denn dein gott dein gott hat ein schienenbein du bist ja nicht mehr was ich will mein herr jesus ich will mal hier wieder zu Ende bringen lass mich mal zu Ende bringen stummt die alle stummt die alle warte 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 du hast uns hat uns gestummt wir haben damit geredet du lass mich mal zu Ende bringen ich hab grad den islam-definanziert ähmir, 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 lass mich mal zu Ende bringen nein 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 jetzt sein aus junger holm, ey, ich bin gleich noch zehn Minuten du bist begraben jetzt mit herr jesus geht es mein punkt zu Ende bringen du Lügner, das sind chicken und mit Afrikaen, aber warte, was war in dein Grab heute wie habe ich dein Bart gebügelt, ja? habe ich dein Bart gebügelt und in deinen Mund reingestoppt, ja? habe ich dein Bart gebügelt und in deinen Mund reingestoppt, ja? amir, heute deine Grab Verleicht er. Deine Eidra. Danke, Herr Kollege. Deine Eidra. Ich habe deine gesamte Religion in 2 Minuten vermichtet. Hörer, du hast mal nicht deine Unterhose? Unterhose hast du vermichtet. Ich begrabe dich, Herr Miliad. Ich begrabe dich. Okay, ich bin dran. Er hat gestört, er hat gestört. Ich bin dran. Mach aus, mach aus, mach aus, mach aus, mach aus. Ich begrabe dich jetzt. Amira, mach dein Begriff. Du hast genug, Hebrey. Ich bin nicht schwul, Amir, ich bin nicht schwul. Du musst du gut sich geben. Hebrey, mach Kamera aus. Ich begrabe dich, die sind kaputt. Ja, das machen wir schon, das sind Djinn. Das sind Djinn, das sind Djinn. Das sind Afrikaner. Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Mach die Kamera aus, bitte. Lass mich ausreden. Jo, 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 jetzt bist du dran. Ich mach dich fertig jetzt. Warte mal, also. Überliefe diese Geschichte in Musnad Ahmed. Musnad Ahmed sagte, dass Ibn Mas'ud, lass mich ausreden, Ibn Mas'ud war dabei, okay? Ibn Mas'ud war dabei. Hörst du dann noch aus? Hörst du noch auf? Hörst du noch auf, hörst du noch auf. Hörst du noch auf, hörst du noch auf. Nein, 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 warte mal. Hörst du. Mohammed, ich hab das schon kurz für dich. Sehr gut, sehr gut. Ich kenn das alles. Was du brauchst du mir nicht sagen. Also diese Überliebungen. Hamdi, Hamdi. Hamdi, Hamdi. Hamdi, Hamdi. Die lassen mich nackt. Lass mich ausreden, Bruder. Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Ich hab so lange geworfen. Evangelist, sei gerecht bitte. Sonst geh ich nicht mehr ausreden. Schau, wegen mir, du hast 700 da zu schauen. Lass mich ausreden. Hörst du noch mit deinem Mann. Nein, 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 nein. Hörst du noch mit deinem Mann. Hörst du noch auf, hörst du noch auf, hörst du noch auf. Hörst du noch mit deinem Mann. Ich will nur eins sagen, der Tana. Warte, warte, warte. Amigo. Amir, Amir, hörst du. Mohammed a.s.w. geschickt zu den Jinn und zu den Menschen. Wer hat den Beliefen, dieser Yerqabuna, das auf ihm reiten? Wer schießt du? Yerqabuna bedeutet, warum lachst du? Bitte mach deine Kamera aus, du schaust wie ein Monster. Also, Yerqabuna bedeutet, hier, Yerqabuna. Scharen über ihn. Diese Typen glauben Yerqabuna, es heißt Sex mit ihm. Nein, Amigo. Nicht Sex mit ihm. Yerqabuna. Aber die Frage, Abne Mas'aud hat das überliefert. Abne Mas'aud hat das überliefert. Abne Mas'aud hat das überliefert. Hier zu Amir. Leine von mir. Kein Problem. Abne Mas'aud hat das überliefert. Abne Mas'aud hat das überliefert. Wenn du fragst den Sahih Muslim. Ja, Abne Mas'aud, warst du mit Mohammed? Es sagte, Nein, ich war nicht dabei. Also, das heißt, ist ضعيف gelogen. Okay? Lachen, du begraben bis jetzt. Also, Sahih Muslim, du kannst nicht weglaufen. Yerqabuna, dieses Wort auf Arabisch, wenn du das Wortwörtliche besitzt, heißt er reiten. Okay? Erreiten. Okay? Halt dich fest. Ja, Käfer. Ja, Amir. Ja, Käfer. Ja, Käfer. Also, dein God steht in Psalm 11. A, Yerqab auf Kirub. Deine God. Yerqab auf Arabisch. Erreiten. Engel. Das machte dein God mit Engel. Erreiten Engel. Ha? Jesus, in Lukas, in Matthäus 21. 25. Und Jesus kommt. Raqib auf Arabisch. Yerqabuna. Auf die Tiere. Ah, pass auf, da sagst du, Nein, Hamdi. Bedeutet, reiten auf dem Pferd. Sag ich genauso. Bedeutet, Yerqabuna auf Arabische Sprache. Bedeutet, das heißt, kommen in Scharen. Und nicht Yerqabuna. Wenn du willst, Yerqabuna. Sex. Jesus hat Sex mit Tieren. Was steht? Matthäus 21. Yerqabuna. Das heißt, auf ihm reiten. Fertig. Ach so, noch mal. Warte, 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 ich bin noch nicht fertig. Deine Karriere endet. Amir. Du hast gesagt, Hebriebrief. Über Jokker. Jokker zitiert richtig. Wenn du abfallen von deinem Glaube, du kannst nicht zurück Amir. Du kannst nicht zurück. Und Jesus sagte, wer sündigt, wer sündigt, wird in die Hölle geschmissen. Wie oft hast du Chaka Chaka gemacht? Deine Mama hat sich gemeldet bei mir. 2017. Sie hat sich loslassen von dir Amir. Das heißt, es ist ein Käfer. Deine Mutter. Aber ich wende das nicht. Warum? Weil ich will das nicht werben. Okay. Du hast gesagt, ein Korintherbrief über Reife. Warum lügst du? Lesen wir Korintherbrief. Es steht nicht über Reife. Es steht dort, wer sich gegenüber seiner Jungfrau umgehoren und verhalten glauben, wenn seine Verlangen nach ihr stark ist, sollte tun, wozu es ihm dringe. Wenn sie es so muss, es sündigt, so sollte heiraten. Jungfrau sollte heiraten. Jungfrau. Wie alt? Amigo? Sieben? Sechs? Drei? Ich weiß es nicht. You choose. Du sagst, folge Mohammed und so. Amir, hör zu. Mohammed hat geheiratet, ich klein. Okay, Teig. Guter Argument. Warum dann? Pädophilie bei euch. In der Kirche. Die Deutschen sind Pädophilie, die fliegen extra irgendwo, um kleine Kinder zu holen. Pädophilie über Pädophilie bei euch. Bei uns nicht. Steht nicht. Wallah, ich komme von arabischem Lande. Es gibt sowas nicht. Wallah, ich kenne. Es gibt sowas nicht. Wenn die Frau erreicht, ihre Pädophilie heiratet, sagt der Mohammed a.s.w. Warum? Wenn du schaust, schau. Warum die Vorfahren von Jesus, die Vorfahren von Jesus, vier Huren. Erklär mir, warum David, der Vorfahren von Tango, der erste König, er braucht ein kleiner, junger Mädchen, um ihn auf wärmen. Auf wärmen. Ja, ja, du wirst heiß. Nicht heiß. Deine Unterhose wird heiß an mir. Verstehst du? Deine Unterhose wird heiß heute. Also, der Vorfahren von Tango David, er holt sich ein kleiner Mädchen, um ihn zu wärmen. Gibt es keine Decke, Amir? Gibt es keine Heizung? David, hat keine Heizung. Ja, genau. Er holt sich ein kleiner Mädchen, um mit ihr Vergnügen. Steht bei dir, David, ein junger Mädchen? Ich habe die widerlegt mit Yerkabuna. Jesus, angeblich, die gleiche Worte von Arabisch, Yerkabuna, bedeutet hier, reiten. Was du sagst, Reiten, Mohammed a.s.w. Ich habe die gesagt, nein, haben wir nicht, weil Yerkabuna bedeutet, kommen in Scharen auf ihm, weil Arabisch sprach ist. Wer für dich, du bist eine, eine Schiei gewesen. Irara, du kannst nicht Arabisch. Also, du sagst, Mohammed hat mit Jib, ich sagst dir, Jesus hat auch Sex mit die Tieren, weil schon dort Yerkabuna auf Arabisch. Und Jesus ist frei, ich bin nicht schmutzig wie du. Also, hör mal, Amir, ich sagst dir, ich rufe dich zu einer Debatte auf meinem YouTube-Kanal. Mann gegen Mann. Mit Gewähle. Und debattieren wir. Nimmst du das an oder nicht? Gewalt. Du griffst immer über Gewalt. Christentum, Islam. Bist du bereit, mich zu debattieren? Wallahi, Amir, ich beende deine Karriere. Wallahi. Nimmst du die Debatte an oder nicht? So, wir beginnen meine fünf Minuten. Dankeschön. Also, das erste Mal finde ich sehr interessant. Amir kommt rein. Anstatt, dass er ein großes Vorbild ist, wie er immer so tut, fängt er mit Ad hominem Angriff an. Ad hominem Argumente. Ad hominem, für die, die keine Ahnung haben, geht eigentlich da. A stinkt, daher ist seine Aussage falsch. Unser Amir greift uns hier an und beleidigt uns. Glocke, einer soll seine Fingernägel lackieren und so. Versucht ihn damit hier vor diesen acht, neunhundert Zuschauern zu demütigen, aber geht gar nicht auf die Argumente ein, die wir gestellt haben. Ich habe Pavlos etwas gefragt. Keine Antwort. Ich habe Amir etwas gefragt. Keine Antwort. Aber es werden persönliche Angriffe gemacht, als wäre das dann ehrenwert und anscheinend vom Heiligen Geist. Ja, so. Das nächste ist, unser Amir macht Gish Gallop. Für die, die keine Ahnung haben, einfach mal googeln Gish Gallop. Das heißt, er versucht wie Trump, einfach uns mit, ich sag's jetzt mal, mit Scheiße zu überziehen. Entschuldigung für die Ausdruck, TikTok sportlich. Ja, und redet ohne Punkt und ohne Komma und haut raus und haut raus und haut raus, aber kommt gar nicht zum Punkt. Amir hat interessanterweise gesagt, der Gott der Bibel wäre mit Ehre und Anstrengung nicht wie der Gott des Koran, so schlimm und so weiter und so fort. Schauen wir uns das doch mal näher an. Das ist doch mal eine Prüfung wert, weil Ex Müsli möchte uns ja bitte zum Ding einladen, zum Herrn Jesus Christus, wie er immer so schön sagt, ja. Nach Jesaja 13, 16 heißt es, Frauen sollen geschändet werden vor ihren Augen, die Kinder zerschmettert werden und ihre Häuser geplündert werden. So, das ist Gott der Liebe. Ja, angeblich ich der Herr, ich ändere mich nicht, heißt es, ja. Dann geht es weiter. Der Vorfahre, und das habe ich schon mal gefragt, aber Amir und Pavlos gehen nicht drauf ein. Wieso sollte der Vorfahre von Jesus, David, und er soll den Thron Davids bekommen, die Vorhaut von 100 Männern sammeln als Brautgabe? Kann mir das bitte einer der Christen erklären? Was möchte der Gott, ja, von David, weil das sollte er ja machen für Saul, ja, die Vorhäute sammeln? Er ist mit seiner Armee rausmarschiert, hat 200 Philister, glaube ich, oder so genommen, und hat die Vorhäute gesammelt und hat sie gebracht, und Gott war zufrieden mit ihm. Das steht, wenn man später nachliest, in 1. Samuel 18, 25 und FF, ja, also fortführend. Ja, dann im Psalm 137 heißt es, die Kinder sollen zerschmettert werden an einem Felsen, und das wäre gut. Wo ist da bitte die Liebe? Wo ist da die Gnade für die Kinder? Psalm 137, 9. Im Psalm 139, 19 heißt es dann, Gott soll doch bitte die Gottlosen töten. Herr, ich dachte, ihr sollt uns lieben. Ich dachte, ihr sollt für uns beten, wenn wir euch verfolgen angeblich und so weiter und so fort. Aber hier heißt es, er soll die Gottlosen töten. Ja, was ist denn da los? Ich, der Herr, ich ändere mich nicht. Ja? Dann heißt es in 1. Samuel 15, 3. Der Befehl geht aus, alle zu töten. Kinder, Frauen, Säuglinge. Ich habe letztens einen Stream drüber gemacht. Da war leider der Ex-Muslim und Pavlos und andere Christen nicht wirklich bereit. Ein paar Christen haben gemeint, ja, so ist es halt. Es ist halt Gottes Befehl. Aber erklärt mir mal, warum sollen Säuglinge umgebracht werden? Was haben die Säuglinge für, mit den Fehltritten vielleicht ihrer Vorväter oder ihren Eltern zu tun? Ja? Was soll das? Was soll das? Wo ist da der Gott der Liebe? Ex-Muslim, erklär es mir doch bitte. Du bist doch so bewandert. Ja? Du weißt sogar, dass der Tanach von Moses geschrieben worden ist. Unglaublich. Jeder Jude schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Ja? Dann in Josea 11, 4, und das ist wirklich der Knaller. Da gibt es keine Ausreden mehr. Heißt es, alles wurde getötet, was Odem hat. Jetzt wissen die meisten Deutschen nicht, was ein Odem ist. Ja? Es heißt aber, das ist ein altes Wort, für Atem. Das heißt, alles was Atem hat, alles was atmet, sollte getötet werden. Da können sich die Christen da unten in Community beiträgen, können sich hier lustig machen, in einem Chat. Aber es steht halt in eurer Bibel. Setzt euch damit auseinander. Ja? Das wäre eigentlich der richtige Umgang. Alles was Odem hatte, das heißt in dieser Stadt, in diesem Dorf, musste umgelegt werden. Unglaublich. Und der Urban hat nichts besseres zu tun, als dann so etwas Kindliches zu machen. Das zeigt halt sein Benehmen, sein Achlack, würden wir sagen, ja. Das zeigt seine geistige Reife und welch Geist des Kindes ist, ja. Zu guter Letzt, Matthäus 13, 41. Jesus sagt sogar, er möchte seine Engel aussenden und alle diejenigen, die Sünde getan haben, in den Feuerofen schmeißen, denn da wird Zähne klappern und Zähne knirschen sein. Das ist die Liebe. Oh, danke, dass ich endlich dran bin. Leute, ich wollte euch mal was zeigen, mit was für den Leuten wir reden. Hamdi, zieh dich warm an. Ich spiele das mal ab. Ich vergolde meine Zeit. Guckt euch mal Hamdi an. Guckt mal, was der für Gesten macht. Guckt mal, er sagt kindisch. Guckt mal, was kindisch ist. Guckt mal ganz genau. Er will jemandem den Kopf abnehmen. Dann fragen wir Hamdi, was hast du gemacht? Du bist eine Schlange Lügner. Und nicht beleidigend. Ich habe nicht so gemacht, habe ich so gemacht. Aha, Hamdi, du Schlange Lügner. Jetzt gehe ich mal auf Amir seinen Punkt ein. Überliefert von Musnad, Imam, Ahmad. Wir lesen mal zusammen vor, Leute. Ich lese das so gerne für euch. Das ist mein Lieblingshadif. So, und ich, warte, ich gehe mal zurück. Sehe nicht, dass ihre Seiten lang sind und wenig Fleisch haben. Er sagte also, kamen sie und begannen den Gesandten Gottes zu reiten. Er rezitierte ihnen. Oder stöhnte er. Er sagte, sie fingen an zu mir zu kommen, mich aufzudrängen und sich um mich herumzulehnen und mich zu spalten. Oh oh. Begangen sind die morgen bla 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 bla. Haben die, ich lese das nicht vor, weil ich habe wenig Zeit. Haben die. Bitte erklär mal, wieso man deine Prophetin geritten hat. Obwohl es in Sunan Ibn Maja 25, 62 und Jami et Tirmidi 225 heißt, wenn jemand sowas macht, Männer unter sich, sollen beide gesteinigt werden. Haben die hier. Überliefert von Usman Ahmad. Sie haben den Prophetin geritten. Und er sagt, dass er danach Popo-Schmerzen hatte. Also nichts mit bla 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 bla. So, jetzt gehe ich zu meinem Punkt. Nein, Leute. Ich lese mal vor, was haben die seine Gelehrten, das habe ich mir extra geholt, zu Kinderehesagen. Das Buch von Al-Mabsud von Ima Asafkasi. Und was die Strafe im Falle der SCX Sehnsucht nach einem kleinen Mädchen hin angeht, die aufgrund ihres sehr jungen Alters von niemandem SCX begehrt wird, es gibt keine Strafe. Es ist erlaubt und es ist auch erlaubt, sie anzufassen, selbst wenn ihr Körper und Intimbereich noch nicht ausgereift ist. Al-Mabsud Al-Sakasi schreibt weiter, wenn ein Mann SCX mit einem kleinen Mädchen hatte und sie durch ihnen seine Unschuld verlor, dann wird hierfür keine Strafe fällig. Das Vergnügen war einseitig, da ein kleines Mädchen aufgrund ihres jungen Alters noch kein SCX Vergnügen empfinden kann. Und somit war der Mann mit ihr auch nicht unzüchtig. So, ich möchte, dass die Muslime mir antworten, warum der Prophet geritten wurde von Dschins, die aussahen wie 10 nackte PNS. In einer anderen Überlieferung heißt es, sie sahen aus wie nackte PNS. Sie haben den Propheten geritten, er hatte Popo-Schmerzen, steht da. Obwohl es in Djammeh Tirmadi 225 und Sunan Ibn Maja 2562 heißt, es müssen beide gesteinigt werden. Also somit hätte der Prophet und die Dschins die Steinigungsstrafe erwartet. Ja, und ich wollte euch nun meinen Al Burak zeigen, den habe ich mir extra für euch Muslime gekauft. Wenn ich das Thema debattiere, dann habe ich den immer neben mir, der bringt mir Glück. So Leute, Quod Eros Demonstrantum, ich habe es bewiesen, danke. Ich gebe meine Zeit an, Amir. Ich wollte jetzt nur auf ihre Argumente eingehen, mein Punkt kommt gleich noch. Bruder, du kannst meine Zeit jemand anders geben, ich bin fertig. Ähm, okay. Okay. Ja, also zu dem ersten Punkt, könnt ihr mich hören? Ja, sehr gut. Ja, also ich möchte noch ein paar Punkte hier ansprechen, was dieser gehirngewaschene Kalima-TV, da sagt er jetzt zum Islam kombatiert ist und hofft, dass Allah ihm 72 Jungfrauen gibt und der einen immer erigierten Palmen PEN jetzt bekommt, wie sein Prophet ihm versprochen hat. Da sagt er, ich hätte gesagt, dass der Tanach von Mose geschrieben wurde, das habe ich niemals gesagt. Ich habe gesagt, die ersten fünf Bücher von Mose sind von Mose geschrieben, die Tanach sind die Propheten. Wann habe ich denn was anderes gesagt? Zweiter Punkt, dass du gesagt hast, dass der Gott der Bibel ein ungerechter Gott ist, weil er auf verschiedene Völker sein Urteil spricht. Wenn du den Kontext beachtet hast, du kleiner Lümmel, dann hättest du gemerkt, dass diese Völker auch sehr, sehr schlimme Dinge getan haben. Zum Beispiel Amalekita, die Israel belagert haben und die sie angegriffen haben. Das erwähnst du auf einmal nicht. Wie gehst du denn damit um, dass Allah sagt in Surah 3 Vers 3, dass er die Tore herabgesandt hat und er auch die Kriegstexte im Alten Testament auch prüft. In Surah 2, 248 bis 252 meine ich. Surah 2, 248 bis 252. Nicht zur Vergeltung, sondern er prüft das und sagt, ja, das sind meine Kriegstexte, was David und die ganzen Propheten getan haben. Du siehst also, dass du deinen eigenen Gott wie ein Atheist beleidigst und dementsprechend runterziehst. Aber wenn du schon von Ungerechtigkeit sprichst, wie gehst du dann um mit deinem eigenen Teufelsgott, der auf einmal durch Vermutungen in Surah 18 Vers 74 einen kleinen unschuldigen Jungen von Al-Kheder umbringen lässt? Leute, geht bitte alle zur Surah 18 Vers 74, schlag den Tafsid von Al-Jalalain auf. Der Tafsid sagt uns, dass dieser Junge das Alter der Pubertät noch nicht erreicht hat. Da hat der Al-Kheder seinen Kopf abgeschnitten von dem kleinen Jungen, hat den rausgerissen von dem Jungen und gegen eine Wand geklatscht. Das unter Vermutungen nur. Müsst ihr euch mal vorstellen, was das für ein Gott ist. Weiter geht es zu der Kinderehe, gehen wir darauf nochmal ein. Jetzt stellt euch das mal vor, die sunnitischen Muslime haben die vier großen Rechtsschulen. Eine davon ist die hanbalitische Rechtsschule, das ist Imam Ahmad Hanbal. Einer der größten hanbalitischen Gelehrten ist derjenige, der Al-Mughni rausgehauen hat. Das ist Ibn Qodama, das könnt ihr mal gucken, nachgoogeln. Ibn Qodama, sein Buch ist Al-Mughni. In Band 10 auf der Seite 152 lesen wir, dass es keine Strafe gibt für einen Mann, der seinen Finger in die Vulva eines kleinen Kindes reinsteckt. Weiterhin heißt es, wenn eine Frau den PINIS eines Kleinkindes in sich reinführt, der noch nicht das Alter von 10 Jahren erreicht hat, es gibt keine Strafe für ihn. Schaut euch diese Dreckssekte an. Und das lassen wir jetzt so in Deutschland. Das ist das Kranke, was wir hier haben. Und dazu haben wir noch den Propheten von denen, denen sie folgen, der ein sechsjähriges Kind angefasst hat, wo der sich jetzt entschieden hat, dieser gehirngewaschene deutsche Kalima-TV, der jetzt denkt, dass er 72 Jungfrauen bekommt oder einen immer erigierten Palmen PINIS, in Tuchfatul Habib, Al-Shala Khatib, dass er mit zwei seinen, auf der Seite 352, dass er mit zwei seinen Schwestern gleichzeitig SEX haben darf. Und mit jeder weiblichen Verwandte auch noch SEX haben darf. Schaut euch an, was der Kranke, für was für eine kranke Sekte der sich entschieden hat. Das müsst ihr euch mal geben. Was der getan hat. Der hat also die Liebe Gottes in Jesus Christus verlassen für eine Religion, wo er 72 Jungfrauen bekommt, einen immer erigierten Dauerpalmen PINIS. Er ist damit beschäftigt, Jungfrauenhäuschen zu zerfetzen und die Hintern der Hudis sind 1,6 Kilometer breit. Mustad Ahmad, Hadith 5, 1, 1. Das war's. Knockout für den Islam. Auf Wiedersehen. Und dein Prophet wurde geritten von Afrikanern. Lügt nicht. Wir haben den Hadith da. Du willst mit mir hier spielen, Hamdi. Du willst den Finger in kleine Vulva reinstecken, du Widerling. Du Widerling. Du willst also deine Religion hier praktizieren, in Al-Mughni. Erzähl uns mal ein bisschen, was Ibn Qodama dir mitgibt. Erzähl den Leuten mal von deiner Religion. Wie die Ausleger des Islams, Zuge 65, Vers 4 interpretieren, Hamdi. Willst du den Leuten mal die Ehrlichkeit, sei mal ehrlich einmal in deinem Leben. Steh mal zu deiner Religion. Schlag mal Tafsid ibn Kathir, Al-Kurtebi, At-Tabari, Al-Jalalayn. Alle, was die zum Thema Kinder-Ehe sagen. Ja, es ist erlaubt. Mohammed hat selber ein kleines Kind auseinandergenommen. Würdest du denn ein Kind anfassen, das mit Puppen spielt, Hamdi? Er ist ja dein Vorbild. Sag mal, du, Kalima TV, würdest du ein kleines Kind anfassen von sechs Jahren? Hast du pädophile Neigungen, dass du zum Islam konvertiert bist, um deine Pädophilie auszuleben? Oh, ich bin dran, oder was? Jawohl, okay. Eine Sache, die ich ganz oft beobachten muss, besonders bei Ex-Müsli Amira, ist, dass er immer wieder mit Schia-Quellen kommt. Das ist so, wie wenn ich mit außerbiblischen Quellen komme, mit irgendwelchen Meinungen, die er eh nicht annimmt, sondern ablehnt. Er kommt immer wieder mit Sachen, die haben zwei Quellen im Islam. Einmal den Koran und einmal die Sunna, die Ahadis. Er kommt mit Schia-Quellen. Und das Interessante ist, er erzählte ja mal, dass im Islam es erlaubt sei, dass ein Muslim mit seiner eigenen Mutter und seiner eigenen Tochter schlafen dürfe, und zwar gleichzeitig. Warte, 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 warte. Wer war nochmal ein Schiite gewesen? Oh, stimmt ja, Amira, das heißt, er muss ja seine eigene Mutter gebankt haben. Jetzt verstehe ich, warum er den Glauben verlassen hat, denn Muslim war er ja nie gewesen. Er war ein Schiite gewesen. Und wer ist nochmal richtig? Schiitische Quellen, dass man seine eigene Mutter und seine eigene Tochter bangen darf. Amir, jetzt verstehe ich, warum du den Glauben verlassen hast. Da hätte ich auch keinen Bock mehr, normal, Bruder. Ich fühle mit dir. Hast du auch deinen Papa oder nur die Mama? So, gucken wir mal weiter. Du willst Inzest-Geschichten? Weißt du, wo du welche findest in deiner heiligen Bibel? Eine Frage, ist die Bibel heilig, ja oder nein? Ich übernehme die Antwort für Amira. Sie wird wahrscheinlich sagen, die Bibel ist heilig. Okay, die Bibel ist heilig. Warum gibt es nirgendwo so viele Inzest-Geschichten wie in der Bibel? Amnon hat seine eigene Schwester vergewaltigt. Bunga, bunga. Wie geht das? Ein offizieller, direkter Vorfahre von Jesus. Noch einmal. Ein Vorfahre von Jesus hat ein direkter Vorfahre. Hat seine eigene Schwester weggewaltigt, Junge. Das steht in deiner Bibel, du Lappen, und du redest noch. Wer noch? Judas. Judas hat seine eigene Schwiegertochter gebankt, Junge. Obwohl sie seine Söhne heiraten sollte. Oh mein Gott. Und Judas ist genauso. Ein offizieller Vorfahre von Jesus. Oh shit, Digga. Die Vorfahre von Jesus sind alles Inzest- und Unzuchttreibende. Dein Gott, an den du glaubst, ist ein Inzest-Kind. Und du hast eine Klappe wie ein Esel auch noch. Egal, machen wir weiter. Noch ein Prophet aus der Bibel. Lot, ein indirekter Vorfahre, Neffe von Abraham, hat seine eigenen Töchter geschwängert. Bro, was laberst du? Der hat seine eigene Töchter geschwängert. Und die Ammoniter sind die Vorfahre von Jesus. Junge, das ist so peinlich. Du willst Inzest und Unzucht, findest du in deiner Bibel. Also, Jesus ist offiziell aus drei Richtungen aus Unzucht und aus zwei Richtungen aus Inzest entstanden. Jemand nannte eben Al-Burak. Ihr Vollidioten, Al-Burak gibt es sogar in der Bibel. Ein Pferd mit Flügeln, das fliegt. Steht in eurer Bibel. Ihr seid so... Ich finde keine Worte mehr dazu. Oh mein Gott, wo soll ich ansetzen? Rebecca war eine Jüdin. Wie alt war Rebecca? Als sie Isaac heiratete, ja, richtig, drei Jahre alt. Warum? Rebecca war drei Jahre alt. Und eine Jüdin. Ich betone nochmal, sie war keine Christin, sondern eine Jüdin. Was steht im Tanach? Eine Frau darf ab dem Alter von drei Jahren und einem Tag heiraten. Das steht im Tanach, Mann. Äh, im Talmud. Entschuldigung. Das steht einfach offiziell im Talmud. Wo genau? In Sanhedrin 7, Spalte 55b. Junge, das steht da drinnen. Und Jesus und Rebecca und Isaac waren noch einmal laut eurem Verständnis Juden. Und sie haben sich an die Gesetze und die Gebote gehalten. Was steht im Talmud? Das sind die Gesetze. Das sind die mündlich überlieferten Gesetze. Junge, Rebecca war einfach drei Jahre alt und du hast eine große Fresse immer noch wie ein Esel. Aber wir gucken mal weiter. Äh, im Neuen Testament, ich sage im Neuen und nicht im Alten, steht, dass Unzuchttreibende und Lästere und Beleidigende in die Hölle kommen. Gucken wir mal, wer so alles Unzucht treibt. Oh, hier hat mich mal ein Mädchen angeschrieben. Schau mal, wer? Kennst du bestimmt? Deine Ex. Ich glaube, ihr seid immer noch zusammen. UPSI, sie hat mir geschrieben, dass du sie gebankt hast. Oh, shit. Hier, guck mal. Hä, was ist los? Was ist los? Guck mal. Guck mal, die nächste, die wir in den Linken sind. Lass die mir ausreden. Lass mich ausreden. Die nächsten, die wir in den Linken sind. Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. So, perfekt. Warte mal ganz kurz. Äh, warte mal ganz kurz. so, Joker, du machst hier irgendwas, private Sachen, das geht erstens gar nicht was du da gerade machst, was soll das, private Sachen so, deswegen tut mir leid, raus das geht nicht, ja, Bruder ja, genau der Joker ist auch raus, das ist richtig so, was man jetzt sagen kann, ja der hat ja gerade zitiert, dieser Joker ja, der hat vier Quellen benutzt und so weiter, komisch dass dieser Typ, weil er sagt ja selber, ja ich nutze keine Quellen, so wie bei euch, ich nutze eure Quellen ja, in Talmud, was hat der Talmud jetzt mit der Bibel zu tun? Das sind Menschengebote auch noch, also das ist ja schon mal raus mit seinen komischen Aussagen, der hat den schon mal disqualifiziert, ja, genauso wie die katholische Kirche oder sonstiges, wir haben die immer da zitiert, auch nur disqualifiziert, gar keine Ahnung ja, und dann haben wir was sagen, warte, warte, warte was soll, jetzt bin ich dran, ja genau, richtig warte bin ich dran, ok, danke so, warte ganz kurz so, weil Privatsphären, so geht gar nicht so das Schlimme an der Sache ist, dieser Typ, der denkt wirklich, dass das meine Ex-Freundin, Ex-Frau wäre, guck dir das mal bitte an, was das für ein peinlicher Freak ist, nur über mich Lügen erzählen, nur über mich Sachen erdichten, das kannst du keinem Menschen erzählen, was hier auf TikTok los ist wie dreckig muss man nur sein wie dreckig, habt ihr gesehen, wie der meine Mutter beleidigt hat, aber ich beleidige seine Mutter nicht, seine Mutter kann nichts dafür, dass der so ein Dreckhaufen ist, dieser Typ, der sich Fingernägel lackiert, vor der ganzen Welt und die Leute lachen ihn aus und dann denken die, was für einen Dreckhaufen haben wir überhaupt geboren, so ein Mistkörper so, versteht ihr, der sich da schminkt, in der Öffentlichkeit so rumläuft, Zigarette raucht und wie so ein Affe daherkommt und rumhüpft und alles mögliche und dann sagt er noch Hamdula, ich bin Mosle, was meinst du, wie die Eltern sich fühlen müssen für so einen Müllhaufen, ehrlich aber kommen wir mal drauf zurück, was er da gesagt hat der sagt, ich benutze Schia-Quellen, man sagt ja auf einmal, dass ich irgendwelche schiitischen Quellen einblende, um meinen Standpunkt zu prüfen, nein, absolut nicht, gar kein bisschen, wenn ich hier Quellen erwähne, wisst ihr alle, dass ich sage, das sind schiitische Quellen, immer bevor ich irgendwas sage, immer und immer und immer wieder, ihr müsst euch mal vorstellen, was diese Leute betreiben, um nur den Islam mit Lügen zu verteidigen, vor euren Augen, ihr seht das, denen ist ihre Seele so völlig egal, die haben so ihre Seele Was? Ich mach dieses Showtimer weg, ja? Ne, das ist egal, die Leute können ja kommentieren, die sollen aber vernünftig sein und Ich bin dran jetzt, warum ist so? Ich bin dran, wir reden nochmal, es geht nicht, nein, ich wollte mal nach im Internet reden, aber nicht Ich wollte nur was klarstellen Okay, pass, laci klar, ich hat irgendwie was mit meiner Expo zu tun gehabt, fährt nicht raus, auch irgendein Blitzitz Ich rede jetzt, deine Argumente werden sie vor deine Augen auseinander nehmen, okay? Nein, nein, ich bin dran, ich bin dran, also, du Lüge, mach das nicht, mach das nicht, Nein, Hamdi ist nicht dran, Hamdi ist nicht dran, Armee wird jetzt reden. Nein, warte, ich mach ihn, ich mach ihn, weil sonst sagt er, das ist unfair. Ich bin dran, dankeschön. Achso, du lügner, Urban. Du schau, wie ein kleinkind, schau, was er macht. Schmeiß ihn raus, was kleinkind. Du hast gesagt, Popo in diesem Hadith hat weh. Möge Allah die verfluchen. Wo steht Popo? Ja, Kaffir, ja, Kaffir. Du bist ein Lügner, steht nicht Popo. Und ja, Kabuna, Überraschung. So, willst du dieses Hadith authentisch? Kommen wir. Es ist nicht authentisch, aber take it, okay? Steht dort, Walaysa alayhum hin. Also, wer von uns spricht? Amir, du Arabisch sprich hin. Amir, du sprich Arabisch, oder? Was bedeutet Walaysa alayhum hin? Diese Dschinnen, die haben keine Hin. Was bedeutet? Die haben keine Privatteile. Wie können die Mohammed mit ihm Sex haben? Bumm! Möge Allah, ich vernichten, ihr Lügner. Also, in diesem Hadith steht, Yarkabuna bedeutet nicht reiten. Das ist eine Übersetzung verfälscht. Ich bin zum Beispiel mein Name auf Arabisch Sa'id. Wenn du das übersetzt, dann sag mal happy. Du kannst nicht zu mir sagen, Hamdi, du bist happy. Nein, mein Name ist Sa'id. Sa'id bedeutet happy, stimmt? Aber Name bleibt. Also, Yarkabuna bedeutet nicht reiten. Bedeutet hier, Yersahimuna. Komme nicht reiten. Tu ihn bitte weg, dieses kleine Kind. Mit solchen debattere ich nicht. Okay? Tu ihn weg, bitte. Also, die Kamera ausreiten. Und gib mir eine Minute. Hat mich gestört. Also, nochmal. Dieser Hadith steht, dass diese Dschinn, überliefert von Ibn Mas'ud, diese Dschinn, die haben keinen Privatteil. Wie können die mit Mohammed was tun? Ne? Du Lügner. Wir kommen noch. Sahih Muslim. Sahih Muslim. Werde gefragt, Ibn Mas'ud, warst du mit Mohammed a.s.w. sagte? Nein, ich war nicht dabei. Das ist dieser Hadith. Es ist Mursel. Und Mursel gehört zum Daif, du Lügner. Siehst du das? Also, nochmal. Yarkabuna bedeutet nicht Sex haben. Deswegen, dieser Wort, Yarkabuna steht in Bibel. Und Jesus, Yarkabuna ala himat, das heißt, der Reiter der Feintiere, bedeutet hat Sex mit Tieren? Nein. Es heißt, Yarkabuna kommen in Scharen auf ihm. Kommen in Scharen auf ihm. Also, noch dazu. Du hast gesagt, die Shia-Querra, du hast gesagt, Allah sagt, und macht eure Geschwister nicht zusammen. Du hast gesagt, kam er zusammen. Aber ich will schlafen. Kam er zusammen, zwei Geschwister. Du bist eine Lügner, Kurashit, und keine zwei Geschwister zusammen. Das ist Shia-Querra, was du gebracht hast, und diese mit dem Finger, mit Mädchen, das ist alles Shia, deswegen bist du weg von Shia. Das ist Shia, nicht mit Islam. Du hast gesagt, Ibn Qudam, Ibn Qudam, sagt das sogar, was du zitiert hast. Wenn einer, die kleine Mädchen, nicht geben zu den Mannen, bis vor, die sie Probität haben, ich mache alle Rechtsschulen, sagen darfst du nicht. Okay? 72 junge Frauen, du bekommst 100. Jesus sagt in Matthäus 19, 12 und 12, 19, du bekommst 100 junge Frauen im Paradies. Du hast gesagt, der kleine Kind, ein Surtelkaf, und du machst zu Jelalein, hat seinen Kopf gerissen, du bist eine Lügner. Jelalein, er sagte, in diesem Hadith, angeblich hat ihm seinen Kopf geschwungen gegen die Wand, angeblich. Und das ist einer, sagt er, und das ist nicht authentisch, Jelalein, du Lügner, ihr Lüge über Lüge. Tora im Koran, du sagst, Tora, weil dieser Totenbefüllung, in dem Alten Testament sagt er vom Koran, nein, ist Koran gekommen, um euch zu korrigieren, weil Gott befehlt nicht, Moses, kleine Kinder zu töten, wie in Numeria, und lässt kleine Baby für euch am Leben. Warum? Bunga, Bunga, mit dem, ne? Spaß zu haben. Numeria, wer hat diesen Befehl? Dein Gott. Allah hat das nicht nachher abgesandelt, Tora ist verloren gegangen. Surat Kaaf habe ich widerlegt, Alhamdulillah, du bist eine Lügner. Kleiner Kind, Ahmed ibn Haml, hab ich das wieder? Du hast gesagt, du hast eine Penispalma, wollah, dieser Hadith ist, dieser Hadith ist Nummer 4, 4, 9, eine Lüge, dieser Hadith, existiert nicht, es ist erfundene, hat eine Penis wie eine Palme, du lügst, aber soll ich dir was zeigen? Eusebius sagte, dass Judah gestorben mit einer riesen Privatteil Penis, von dir aus, aus der Penis kommt Eiter, da kann ich nicht mal über die Straße gehen, das ist eure Quelle mit großer Penis, ok? Und habe ich gesagt, die zwei Schwester darf man nicht zusammen, und Jarka Buhne, du lügner, steht nicht Popo. Wo steht Popo? Möge Allah die verfluchten, ihr lügner, weil ihr seid Pido, ihr seid krankhaftig, deswegen ihr seid verrückt nach Kindermissbrauchen, ihr seid Missbrauchen, Amir. Und du weißt das ganz genau, du kommst von einem Schia und die Schia erlauben Sex mit kleiner Baby. Im Islam nichts, ich mehr darf man nichts mit kleinen Kindern schlafen, ich mehr. Ja, dieser Sura, du musst zu Hadif gehen, Mohammed al-Susam sagte, du musst gefragt. Fertig, 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 zack, bumm. Haben die jetzt endlich so Quatsch. Lass mal Amir reden. Kann ich reden? Nein, Amir. Warum Amir zweimal und dreimal? Nein, wir haben zwei Christen und ein zweimal hoch. Nein, lass, liebe Zim, hat die zwei Christen, haben wir geredet jetzt wieder. Ich meine, das ist ernst, hör hoch damit. Nein, ich gehe runter und hole für mich Babylon hoch. Ja, Evangelist, ich gehe runter und habe die Babylon. Nein, bleib drinnen, bleib drinnen, du. Ich gehe hoch, hole bitte Babylon hoch. Hab keine Angst, bleib drinnen, ich, ich, ich. Warum, seid ihr keine Männer, holt ihr Babylon, Schablon, ihr seid keine Männer. Guck mal, Hamdi hat Angst vor Babylon, Hamdi zittert schon. Warum habe ich Angst, habe ihn begraben mit Israel, hast du vergessen? Aber gegen euch drei alleine, Habi, rede nicht. Hey, Hamdi, Hamdi, ihr daddies hier, why you run away from me, Hamdi. Was hast du geschafft? Ja, sie DK mal doch zu suggerissen Lloyd sobalt. guys, ich bin damals leer, ich habe dirig geh in Ibn Marzuma. Geiss von Ab ins Drie. Einen muss jaAnglaan Fisch heute erzählen muß. Amsterdam, das war uns aber der Verkauf in der Mera enchütze. Ich bin Dirich avec den Werken und Sprechung. Ich bin der Mann, 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 der Mann Bring him back, please. Let me cook him. Brother, bring him back, please. Let me cook him, I've been running after him for a while. I want all the Dawah guys here today. Bring him back. Evangelist, have your life. Good name, God bless you. Everybody calm down, please. So, the following. They still haven't reached the statement, because Aisha is not free to go. Because he said that he was free to go. He was restless, of course he was afraid. Because which person is restless? He says panic. That's what I brought through Sahih al-Bukhari, his Muslim and so on. They didn't come. He looked at me, I actually brought up the conversation. He was just saying no. I didn't go. He said nothing. He was going on. He said be careful. I've already taken away from this conversation, I must take away from this conversation. Lass mich doch reden! Lass mich doch reden! Lass mich doch reden! Lass mich doch eine Sekunde nehmen und los! Stop screaming! Stop screaming! Stop screaming! Stop screaming! Jeder redet einmal. So, Showtime. Jeder redet einmal. So. Ja, oder Danny. Null auf die Aussagen eingegangen. Da sieht man, der Islam wurde ab bis jetzt zerstört. Amir hat nochmal einen draufgelegt. Urban hat die Beweise nochmal dazugelegt, damit die es nochmal mit eigenen Augen sehen. Der wurde ab bis jetzt zerstört. Die sind null auf unsere Aussagen eingegangen. Null. Die haben dann immer ein Thema gewechselt. Ein Thema nach dem anderen. Daran sieht man, was ein Armutszeugnis das ist. Und liebes Nummer, dies habe ich schon letztes Mal wiedergelegt. Der hat in meinem Video, in meinem Stream zugegeben, dass Soro 65 fest wie Kinder gemeint sind. Das hat er zugegeben. Und ihr glaubt mir nicht, ich gebe euch jetzt alle Tassiere noch dazu. Damit das jeder hier sieht, was immer hier gemeint ist. Warte bitte. So. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Das ist Ibn Kathir. Da steht ja drin. Das gleiche gilt für die Jungen, die das Menstruationsalter noch nicht erreicht haben. Ihre Ida dauert drei Monate. Da sehen wir ganz stark, ganz, ganz stark natürlich Kinder. Gucken wir eben Abbas. Ibn Abbas lehnt natürlich der Liebesumme dies ab. Aber Ibn Kathir hat er nicht abgelehnt. Aber ich zeig trotzdem noch mal Ibn Abbas. Der sagt auch, oh Gesandte Allahs, wie sieht es mit der Wartezeit diejenigen aus, die keine Menstruation haben. Aufgrund ihres junges Alters beträgt ihre Wartezeit drei Monate. Sind die noch immer alle nicht richtig drauf eingegangen. Aber wenn in Ibn Kathir dies gleich redet, der wird dann schon sagen, Ibn Abbas ist nicht authentisch. Ibn Kathir, habe ich gerade gezeigt, er ist authentisch, er ist bestätigt. Und du bist nicht größer als Ibn Kathir. Wer bist du, dass du dann sagst, du bist größer als er? So, dann habe ich das schon mal gezeigt. Dann sehen wir, dass Mohammed selber es so ausgelebt hat und Geschlechtsverkehr mit einem Kind hat. Sein liebes Frau, dies ist da geflüchtet und hat mir gegen geredet. Wo ich es gezeigt habe, das zeige ich euch jetzt, wo Mohammed Geschlechtsverkehr mit Aisha hatte. Da ist, wie gesagt, haben die auch geflohen und er will nicht darauf eingehen. Und ich wiederhole es nochmal, weil es von Vergessenheit geraten ist. So, was steht denn da? Sunan Nasser Sayy 3378. Es wurde überliefert, dass Aisha sagte, der Gesandte Allah heiratete mich, als ich sechs war und verzog die Ehe mit mir, als ich neun war und ich pflegte mit Pumpen zu spielen. Warum gehen die Menschen nicht darauf ein, auf diese kranke Pädophilie, die man hier sieht? Das ist einfach nur abhattig und eklig und sollte eigentlich direkt in Gefängnis geworfen werden. Das ist so nicht mehr normal, so was abhattiges. Und wenn der liebe Svadis gleich redet, wird er sagen, steht da irgendwo, die hat einen Geschlechtsverkehr? Nee, da steht nur, der vorzog die Ehe mit ihr. Was heißt denn, der vorzog die Ehe mit mir? Haben die Mau Mau gespielt nach der Ehe? Laut deiner Logik haben die Mau Mau gespielt, ja? Aber wenn das deine Logik ist, bitteschön, die haben die Ehe vorzogen. Die Ehe vorziehen heißt Geschlechtsverkehr. Und da haben die jetzt nicht darauf eingegangen. Wie ich auch gesagt habe, Aicha war nicht freiwillig, war atemlos, hatte Angst gehabt und hat sogar ihre Haare ausfallen lassen. Das ist physische Krankheiten, hat sie bekommen, drei Jahre lang. Und das ist Katastrophe. Das ist abhattig, dass man noch darüber streiten muss, reden muss. Das ist schon krank langsam. Es sind meine Lieben, an die Muslime, die ich zuschauen. Denkt jetzt nach, der Islam ist eine Katastrophe und Jesus Christus ist die Wahrheit. Niemand kann behaupten, er sei die Wahrheit, denn ich sage es dir hier und jetzt. Keiner hat den Koran bestätigt, also prophezeit. Keiner hat die Hadis prophezeit, keiner hat den Islam überhaupt prophezeit. Ja, da sehen wir ganz stark. Niemand prophezeit Mohammed. Die kommen nicht mit der Bibel. Die können auch nicht mit der Tanakh kommen, weil der Tanakh ist die Bibel mit dem Alten Testament. Niemand prophezeit, die kein archäologischem Befund, kein Beweis, nichts. Islam Bayam hat es in meinem Profil noch mal bestätigt. Also Muslime zu all dies ist genauso bestätigen, wenn es ein muslimischer Bruder, der genauso viel Ahnung hat wie er, es doch bestätigt. Also sehen wir, der Islam kann nicht die Wahrheit sein. Es gibt nur eine Wahrheit, meine Lieben. Und deswegen verkündige ich den Herrn Jesus Christus, er ist die Wahrheit. Die Bibel spricht klare Worte. Jesaja 53, älter als Jesus, also heißt das vor Jesus Zeit geschrieben. Er hat den Herrn Jesus Christus prophezeit, wo geschrieben steht, er ist gestorben und meint um unsere Missetaten willen, um unsere Missetaten. Jesaja 53, schreibt es euch auf und da seht ihr es. Und diese wunderschöne Rolle hat alles schon bewiesen. Und ich zeige euch diese Rolle, weil die so schön ist. Zeige ich euch jetzt noch einmal diese Rolle, damit jeder es sieht und screenshoten kann. Bitte schön. Das ist Jesaja, die Jesaja Rolle. 2200 Jahre alte Schriftrolle. Und wisst ihr was? 200 vor Christus heißt das. Und das hat den Herrn Jesus Christus prophezeit. Jesaja 9 Vers 5, Jesaja 40, Jesaja 42, Jesaja 10, Jesaja 53, überall. Und deswegen sage ich meine Lieben, gelobt an den Herrn Jesus Christus. Die anderen bringen keine Quellen. Rebekah war nicht frei. Maria gibt es kein Alter. Die können nicht mehr katholischen Quellen kommen. Noch Gott für alle Menschen. Gottes Segen. Dein We will not get demonstration yet. In Arabic is very clear and Allah in the Quran seven times said the Arabic, the Quran came down in crystal clear Arabic. So the tafsir is very clear and it's talking about the baby young girls. Because the Quran by itself from Quran in Arabic is very very clear and it says we can play with the grammar which is wala'i lam yahudna or wala'i la yahudna or wala'i la yahudna. In Arabic there is three ways to talk about that verse and Allah chose to say lam yahudna. Lam it means they did not get yet yet. Who does not get yet the demonstration? The baby young girls. Now we can go further which is the Sharia al-Islamiyya. That's the Islamic law and by the law of the Islamic law, Sharia al-Islamiyya, you can marry any baby girls. No limitation in age. What's the requirement? She has to be able to take the man's private part in. Take the private parts in. She can support to take it in. She's good to take. If she's not, then too bad. The man has to wait. That means what? If the young girl, she's physically okay with that, she will take it in. She will. That's why we have a lot of young baby girls dying from internal bleeding. Because these monsters, these stupid men, Muslim men doing this to young baby girls all over the countries. Like we count in Egypt alone. Over 117,000 young baby girls having this problem. Yemen, Iraq, Saudi, all over the Muslim countries. Afghanistan, Pakistan, all these countries are having problems with young baby girls having internal bleedings. The night of their wedding. And of course, we don't talk about the most beautiful creation of Allah, Muhammad the perro, which he did what he did to the most beautiful young girl, Aisha. Aisha, she was taken at six years old and he did what he did with her for three years, which we call al-Mufakhadah, which means dying. He was playing with her. See if she can take it. And at a year of nine years old, she was able to take it in. And Muhammad went in. Muhammad the perro. And all this is halal. In the name of Allah, the most corrupted God on earth, which his name is Satan. Now, I heard Hamdi saying something about Yarkabuna. Are you guys talking about Qawm al-Zut, I hope? Because Qawm al-Zut, they gave it to Muhammad all night long. And when he left in the morning, Muhammad said, ay, ay, uy, uy. He was hurt. Why? Because the word Yarkabun, it means mounted, mounted. What? What? Okay. So, and he used another word in Arabic, izdiham, izdihamunah. There's two different words here. Yarkabunah, izdihamunah. That's not the same word. Izdiham, there's a lot of people going somewhere or coming out of somewhere. But, they were all going on Muhammad. Yes. All night long, he was izdihamunah. Yes. They're all mounted Muhammad like a train. And Ibn al-Gahba, Maniwt. Ya, Ibn al-Sharmuuta. I need you, I need you, I need you, Muhammad, I need you, Muhammad, I need you. And you can't live in Khadija, and you can't live in Khadija. And you can't live in Khadija. And you can't live in Khawm al-Zut. Ya, Hamdi. Hamdi, I am after you. I'm after all the da'wah, guys. I'm done with the Arabic side. I jumped to the English. Now I'm in Germany. I will take you one by one. I'll make you leave TikTok. In the name of Jesus. Islam is dead. And we will bury it under the feet of Jesus. We are, and we will still here. And we are in the Quran that's superior to everybody. And Jesus Akbar. Jesus Akbar. Jesus Akbar. Bin ich jetzt dran, ja? Okay, Leute. Ich greife Eiches Thema ein. Ich möchte alle Scheinargumente widerlegen, die Musime haben über Eichia, damit das Thema Einführer allemal ein Ende hat. Ich bin nicht zwar ganz vorbereitet, aber wir fangen mal an. Also, so, Eichia war sechs Jahre alt. Sie wurde zwangsverheiratet. Die erste Reaktion von ihrem Vater, Abu Bakr war, ich nehme mal die deutsche Übersetzung. Der Prophet bat Abu Bakr um Eiches Hand zu heiraten. Abu Bakr sagte, aber ich bin dein Bruder. Das heißt, seine erste Reaktion war nicht schön. Er sagte, aber ich bin dein Bruder. Der Prophet sagte, du bist mein Bruder in Allas Religion und seinem Buch, aber sie Eichia ist mir erlaubt. Er hat Eichia, der hat nur einen Traum gesehen von Eichia und dachte, er muss ein Kind heiraten. Man muss bedenken, dass Abu Bakr und Mohammed beste Freunde waren. Stellt euch vor, ihr habt einen besten, besten Freund. Er bekommt eine Tochter. Das heißt, du bist dabei, wenn sie ihre ersten Schritte hat, wenn sie laufen lernt, wenn sie reden lernt. Und auf einmal gehst du hin und sagst, ich muss deine sechsjährige Tochter heiraten, weil ich sie in irgendeinen verrückten Traum gesehen habe. Das heißt, Allah hat es ihm nie befohlen. Allah hat es ihm in einem Traum gezeigt. Das macht keinen Sinn. So, war sie körperlich reif bei der Ehe? Nein. Sunan ibn Majah, der Isahi, meine Mutter versuchte mich zu mästen. Das heißt, ihre Mutter hat verzweifelt versucht, sie zu mästen, als sie mich zum Gesandten Allas schicken wollte, als sie heiratete. Aber nichts half, bis ich Gurken mit Datteln aß. Dann wurde ich rundlich wie die allerbeste Sorte. Hier, sie musste gemästet werden. War Eiche geistig reif für die Ehe? Wir wissen, dass Eiche mit Puppen spielte. Fakt, es gibt unzählige Hadife, wo Eiche hier selbst sagt, das hat der Bruder vorhin gesagt, ich spielte mit Puppen, ich bekam Atemnot. Sie hatte eine psychische Erkrankung bei Kindern, kommt so, wenn sie Haarausfall haben. Sie hat komplette Haare verloren, steht hier in Sunan ibn Majah 78. Bei Kindern, wenn sie hohen psychologischen Druck ausgesetzt sind, bekommen sie Haarausfall. Und er ist reversibel, das heißt, bei ihr sind die Haare auch wieder gewachsen. Hier nochmal ein paar Hadife, wo sie mit Puppen gespielt hat. Macht Screenshots. Leute, ich spielte in Gegenwart des Propheten mit Puppen und auch meine Freundinnen spielten mit Puppen. Das heißt, sie war hier schon verheiratet, deswegen spielte sie in Gegenwart des Propheten mit Puppen. Und nach islamischem Recht, dazu gibt es eine Fatwa, dazu kommen wir, darfst du nur mit Puppen spielen, wenn du noch nicht deine Menstruation hattest. Hier ist die Fatwa-Nummer, kann sich jeder, da ist ein Rechtsgutachten. Wann bekam Aisha ihre Periode? In Fatal Bari von Ibn Hajar. Das ist ein Kommentarbuch zu Sayy al-Bukhari, Band 10, Seite 544. Können wir noch lesen, dass Aisha mit 15 noch mit Puppen gespielt hat. Das heißt, sie hatte mit 15 noch auf keinen Fall ihre Menstruation. Musime behaupten, Aisha hat bei Mohammed was gelernt. Er war ihr Lehrer. Ich zeige euch, weißt du, an Ibn Maja 537. Ich habe oft mit meinen Händen von dem Gewand des Propheten abgekratzt. Das hat sie beim Propheten gelernt. Sie war nur eine Putzfrau, die Sachen abgekratzt hat. Man kann es leben. Das sind Quellen, das haben Musime geschrieben. Das ist nicht von Christen, das ist von Muslimen, von ihren Gelehrten. Sie schämen sich nicht. So, hatte Mohammed überhaupt irgendeine Art Moral? Ja, das lesen wir in Sunan Anasai. Der Iszahi, als Abu Bakr die Tochter von Mohammed Fatima heiratet wollte, sagte Mohammed, sie ist zu jung. Sie war zu der Zeit zwölf Jahre alt. Dann machte Ali einen Heiratsantrag und heiratete sie. Das heißt, er hatte auf einmal Moral, hat Abu Bakr, den Vater von Aisha, die zwölfjährige Tochter, nicht gegeben, weil sie zu jung ist. So, noch ein Hadith von Sayy al-Bukhari, 6387. Hier geht es darum, dass einer der Sahaba heiraten wollte. Ich mache schnell. Mohammed sagte, warum hast du kein Kind geheiratet, mit dem du spielen kannst und sie dich zum Lachen bringen kann und du sie. Das heißt, er wollte ein Kind zum Spielen. Das sagt er selber. Nochmal in Al-Mufrat, um Mohammed seine Moral zu zeigen. Merkt euch, macht euch ein Screenshot. Hier hat er einen Zungenkuss gegeben. Then he put his hand, then, then, the Prophet may Allah bless him, grant him open his mouth and put his mouth in his mouth. Hier hat er einen Zungenkuss mit einem Jungen gemacht. Mit einem kleinen Jungen. So, Leute. Widerlegt mir das alles. Bitte. Bismillah, wassalatu, wassalam ane Rasulullah. Fumma, amma ba'd. Erstmal, kiss ochtag inte. Fumma, ja, kiss sharmuta, babylon. Das ist schon mal der erste Punkt. Geht an dich auch immer, kann man. Das ist der erste Punkt. Tamam. Der zweite Punkt ist, das witzige an der ganzen Geschichte ist, die Leute nehmen nicht den Tafsir. Die nehmen nicht den Tafsir von As-Sadi und Ibn Kathir al-Tabari zu ernst. Was machen sie? Sie packen sich einen Vers raus und sagen, guck mal, da steht das und da steht das. Erstmal, Schula 65 Vers hier bedeutet, sowohl die Frau, die in einem hohen Alter ist, um dem nach, was? Keine Menstruation bekommt. Das heißt, sie ist 40 Jahre alt vielleicht und kriegt keine Menstruation. Und demnach ist sie erstens diese Situation gemeint. Und zweitens, ja, richtig, das, was Pablos aber macht, dieser Kelp, dieser Lügner, was sagt, er hört mich widerlegt. Wollen wir das ganze Video sehen, wo du mich unterbrochen hast und rausgeschmissen hast, als du meine Frage nicht beantwortet hast. Willst du das sehen? Was lesen wir da? Wir lesen da, was er gesagt hat, damit ist auch ein kleines Mädchen gemeint, welches geheiratet wird, was noch nicht ihre Menstruation erreicht hat. Richtig, aber, was haben wir gelernt? Dass die Gelehrten ein bestimmtes Urteil darin ableiten, indem sie alle Beweistexte zusammenführen. Welche Beweistexte? Beweistexte, manche von Aisha, als sie gesagt hat, in den authentischen Ballye von Abu Dawood, dass eine Neunjährige, sie sagt das in ihren eigenen Worten im Wortloch, sie sagte, eine Neunjährige ist geschlechtsreif und bereit zu heiraten. Erster Punkt, Aisha sagte das selber. Zweiter Punkt, Ibn Hajjad al-Askalani, den du gerade zitiert hast, Ibn Hajjad al-Askalani, Rahmatullah Ali, sagte in seinem Werk Fethul-Bari, und er hat die Aussage von Imam al-Barawi zitiert, er sagt, die Gelehrten haben darüber übereingestimmt, dass der Vater es ihr erlaubte, seine Kleintochter selbst in der Wiege zu verheiraten, aber erst, dass man ihr sie an den Ehemann übergibt, erst erlaubt es. Wann? Wenn sie psychisch und physisch zu einer reifen Frau herangewachsen ist, und dann übergibt man sie zum Mann. Warum zitierst du nicht das, was du gerade von Ibn Hajjad zitiert hast, genau das, was er in seinem Werk Fethul-Bari, wo du es gerade zitiert hast, zitierst. Warum sagst du das nicht? Der dritte Punkt ist, wenn du sagst, dass sie neun Jahre heute wie neun Jahre damals sind, dann musst du auch die Überlieferung vom Propheten, sallallahu al-Aklamen, bringen, als er Aisha Radulana geheiratet hat, hat er sie mit sechs geheiratet und mit neun die Ehe vollzogen. Frage, warum hat er drei Jahre gewartet? Erster Punkt. Zweiter Punkt, wie gesagt, wenn du sagst, die neun Jahre damals sind die wie neun Jahre heute, dann hören wir eine Wissenschaftlerin namens Mary Lewis, sie sagt in ihrem Werk, Will Bier Archäologie of Children, sie sagt, die Kindheit, die wir heute haben, können wir nicht auf die Vergangenheit übertragen, denn Kindheit ist mehr als ein biologisches Alter. Vielmehr ist es so, dass das Alter nicht der Maßstab ist, sondern die Reife einer bestimmten Person. Und Dr. John sagte in seinem Werk, dass die Frauen am Mittelmeerländern, das heißt am Äquator, die nah am Äquator leben, kriegen ihre Pubertät früher, als die Leute, die in südlichen oder nördlichen Gesellschaften leben. Und der nächste Punkt ist, dass wenn du sagst, dass derjenige, dass das verurteilbar ist, was das ist, was man da sagt oder was Mohammed sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat, dann sei nicht so heuchlerisch und verurteile auch die Juden für das, was sie gemacht haben oder was bei ihren eigenen Schriften steht. Was steht bei Ihnen? Was lesen wir hier? Lesen wir mal ganz klar. Das Handy drehen 55b. Lies mal bitte vor uns einer vor. Oh, wie süß. Mit drei Jahren und einem Tag kann eine weibliche Person durch den Beischlaf angetraut werden. Wenn der Schwager, was? Was? Wenn der Ehrschwager beschlafen hat, so hat er sie geeignet. Ist sie Ehrfrau, so ist man ihretwegen strafbar. Warum zitierst du nicht das von dem Talmud der Juden? Warum zitierst du das nicht? Warum kommst du zu dem Muslim und sagst, bei dem Muslim ist dieses und jenes? Warum pflichtet ihr? Das sind eure eigenen Schriften. Wollen wir 1. Korinther Kapitel 7, Vers 36 lesen? Wollen wir Hohelied Kapitel 8, Vers 8 lesen? Wollen wir Hesekiel Kapitel 16, Vers 7 bis 8 lesen? Wollen wir das alles lesen? Nein, dann halt deinen Mund und hört auf, über den Islam zu liegen, weil die ganz genau weiß und wisst, dass Allah im Koran gesagt hat, fragt ihr Leute der Amanu, wenn ihr nicht wisst. Ihr zitet Sachen und packt sie aus, wie ihr es wollt. Aber wenn es um eure Schrift geht, ist Metapher, 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 Philosophie, Philosophie, Philosophie. Das ist eure wahre Dings. Ich hole euch mit Fakten. Imaman Nawubi, Rahmatullah Ali, sagte, in seinem Werk Scharj Sahih Muslim, die Aussage von Abu Hanifa, die Aussage von Imam Malik, die Aussage von Imam Shafi, Rahmatullah Ali, sie sagten, in seinem Werk, dass die Grenze dafür ist, dass der Mann mit dem Mädchen einen Schlechtsverkehr haben kann, ist, dass sie zu einer Frau heranwächst und demnach kein Schaden dadurch erlangt wird. Aber erst da darf er mit ihr verkehren. Und das stimmt überein mit dem, warum der Prophet drei Jahre gewartet hat, als er mit sechs geheiratet hat und mit neun die Ehe vollzogen hat. Und wenn ihr kommt immer noch, dass die neun Jahre heute wie neun Jahre damals sind, dann bitte kommt mit dem Ausspruch, warum ist es die Juden bei ihnen drei Jahre und einen Tag? Dann müsst ihr das verurteilen. Und zweitens die Aussage der Wissenschaftlerin, dass die Kinder damals nicht wie die Kinder heute sind. Und wenn wir das Spiel weiterspielen, wenn wir alle ganz alt sind, unsere Omas haben alle mit einem jungen Alter geheiratet und demnach, wenn du das Spiel 1500 Jahre zurückspielst, kommst du zu 100 Prozent zu neun Jahren. Und nebenbei, ihr wisst ganz genau, wie alt Maria war, sie war genau zwölf Jahre, als sie Jesus bekommen. Das heißt, Gott hat seine eigene Mutter geschwängert, demnach, Sohn, hat Jesus und hat sie dann selber inkarniert in sich selber und so weiter und so fort. Und das ist eine kranke Idee. Hello, erstmal alle, hört ihr mich? Und erstmal an den Host, vielen, vielen Dank, dass ich hochkommen durfte. Ja, Gottes Segen, wir erstmal. Gottes Segen, Dankeschön, Bruderherz, Dankeschön, Bruderherz. Und zwar, bevor ich auf dieses Thema eingehe, was er da genannt hat, will ich das nochmal mit diesem Matthäus-Vers nochmal, was er damals hochgeladen hat, wo er irgendwie gemeint hat, dass er, keine Ahnung, mich widerlegt hat. Erstens, mit diesem Matthäus-Vers, mit diesen hundert angeblich Frauen, damit ist die Gemeinschaft gemeint und damit ist das ewige Leben gemeint. Okay? Wir müssen hier nicht rumlügen und sagen, dass wir hundert Frauen im Himmel bekommen als Christen. Das ist eine komplette Lüge. Ja? Wie gesagt, immer weiter, immer die Verse richtig lesen und nicht damit philosophieren, weil, wie gesagt, damit ist die Gemeinschaft und das ewige Leben gemeint. Okay? So. Ich bin jetzt eigentlich nur hier hochgekommen, weil ich Babylon hier oben haben wollte, dass Babylon reden kann. Und, wie gesagt, der Babylon nimmt Leuten wie Liebe zu Hadis, Hamdi komplett auseinander. Ja. Ich habe wirklich nicht viel zu sagen. Ja, ich bin nur hier, um zuzuhören. Und, ja. Oh, halt. Nein, ich habe was. Moment. Moment. Ich habe was. Kleinen Moment. Ich habe was. Ich habe was. Erstens. Ja. 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 2, 1, 5, können wir ganz klar lesen. Ernsthaft? Ein Prophet, der neun Frauen in einer Nacht flachlegt? So ein Propheten folgt ihr? Wollt ihr mich verarschen? Ist das euer Ernst? Dann kommt ihr hier hoch und kommt mit, Jesus hat Windel getragen, Jesus ist das, Jesus befehlt zu töten. Leute, ihr folgt einen falschen Propheten. Einen falschen Propheten. Das ist ganz klar. Bankt erstmal neun Frauen in einer Nacht und soll angeblich ein gesandter Gottes sein. Ihr könnt Jesus nicht mit Mohammed vergleichen. Ihr könnt Jesus generell, Jesus generell ist der Beste, der Best of the Best, der Light, der Power. The Truth. Dann kommt ihr hier mit Mohammed. Seriously. Seriously. You are coming with Mohammed. Noch nie ein Wunder vollbracht. Nicht mal ein einziges Mal. Und ihr vergleicht das mit Jesus. Sorry. It's not gonna work out. Okay. Ihr folgt einem Propheten, der neun Frauen in einer Nacht gebankt hat. So jemanden folgt dir. Good luck. Good luck. Keep following this prophet. He's fake. Und dann gibt's auch noch einen anderen Hadith, wo er in Hafsahs Haus mit dem Rücken umgedreht zur Kabat kacken tut. So ein Propheten folgt dir. Sorry. Nein, Mann. Da kann ich nichts mehr dazu sagen, Mann. Da fehlen mir wirklich die Worte. I'm done. I'm completely done. Bruder Herz, Horst, du kannst den Babylon oder den Pavlos ruhig mal reden lassen. Ich bin fertig, weil für mich ist das schon zu viel. Ich hab' mir noch eine Minute gehabt, ne? Also, okay. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Ich hab' nicht viel zu sagen. Also, wie gesagt, das ist statastrophisch. Und ganz alleine, wenn ich hier gewisse Dinge zitiere oder gewisse Sachen hier lese, das ist schon schrecklich genug. Und, oh, halt. Eine Sache will ich noch sagen. Ja. Diese Ideologie gehört hier in Deutschland nicht her. Wer sich hier in Deutschland nicht anpassen möchte, ganz einfach, One-Way-Ticket, back to the roots. Simple and easy. Passt euch hier in Deutschland an. Wer sich nicht anpassen möchte, ab mit euch. Ganz einfach. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Das ist Deutschland. Wir brauchen so eine Ideologie hier einfach nicht. Fertig, Punkt, aus. Ja. Wenn ihr diese Ideologie ausleben wollt, geht in euer Land, da, wo ihr hingehört. Lebt diese Ideologie aus und fertig. Aber nicht hier in Deutschland. Das brauchen wir hier in Deutschland nicht. Das ist ein christliches Land. Es soll auch christlich bleiben und nicht mit irgendwelchen komischen Ideologien, die hier eh nicht reinpassen. Ja. Gehen auf der Straße, schreien, Allahu Akbar, freuen sich, dass Menschen gestorben sind auf der Straße und kommen hier mit ihren Mohammed. Raus damit, Mann. Fertig. Mehr habe ich nicht dazu zu sagen. Mic drop. Ja, ich wollte nur mal ganz kurz was zur Liebe, zur Magie sagen. Also der hat ja gar nicht verneint, dass man Kinder heiraten darf. Er gibt das zu. Er hat nur nicht richtig zugehört. Der Typ hat einfach zugegeben, dass man Kinder heiraten darf und hat alles versucht zu relativieren. Er hat weder irgendwas widerlegt von Urban, was der gezeigt hat, weil der Urban hat natürlich sehr, sehr schlimme Dinge gezeigt, wo Mohammed selbst zu Abu Bakr ging und nach der Hand von Aisha anhalten wollte und die Reaktion von Abu Bakr ist natürlich sehr, sehr katastrophal. Er reagiert genauso wie wir alle, ganz geschockt. Er hat gesagt, aber du bist doch mein Bruder. Wie kannst du mich sowas fragen? So nach dem Motto. Und da hat der Mohammed gesagt, ja, ja, ich bin dein Bruder in der Religion, aber Aisha ist mir erlaubt. Ihr seht also, dass das zu der damaligen Zeit keine normale Sache war. Und wenn du Mohammed kritisiert hättest für diese Sache, hätte man dich einen Kopf kürzer gemacht. Ihr wisst ja, in Sahih Bukhari, Hadith 30, 32, hat der Kabel bin Aschaf nur ein falsches Wort gegen Mohammed gesprochen. Er hat ihm ein Gedicht geschrieben. Der hat ihn nicht mal als angegriffen oder so. Der hat ihn nur geschmäht in einem Gedicht und hat ihn kritisiert. Und was hat Mohammed gemacht? Er hat die Leute aufgerufen, hat ihn gesagt, wer ist bereit, Kabel bin Aschaf zu töten, der Mohammed verletzt hat in seinem Gedicht. Da stand der Mohammed bin Maslamer auf und sagte, ja, Rasulallah, ich will ihn töten. Da sagte der, okay, kein Problem. Dann sagte der Mohammed bin Maslamer, dann erlaube mir ihm etwas zu erdichten, um sein Vertrauen zu gewinnen und ihn zu ermorden. Und da sagte der Mohammed, kein Problem, geh und mach. Ihr seht also, dass die Kritik an Mohammed dein sicherer Tod ist. Deswegen haben die Muslime zu der damaligen Zeit ihn auch niemals kritisiert. Aber was das Grandiose ist, der Mohammed hat einfach zwei oder drei Jahre gewartet und er konnte es gar nicht mehr abwarten. Das Schlimme ist, in Sa'i Bukhari 61,30 steht, dass Aisha zu der Zeit mit Puppen gespielt hat. Und der Ibn Hajar sagt in Fatal Bari, Band 13, Seite 143, dass das Spielen mit Puppen eigentlich nicht erlaubt ist im Islam. Aber es war Aisha zu der Zeit erlaubt, da sie noch ein kleines Kind war, das das Alter der Menstruation nicht erreicht hatte. Ihr seht also, dass Mohammed wachhaftig ein kleines Kind angefasst hat und sie auseinandergenommen hat. Das ist das Vorbild von 1,6 Milliarden Menschen. Und der Babylon hat das gerade sehr gut erwähnt. In den islamischen Ländern werden Kleinkinder verheiratet. In Afghanistan sehen wir das vermehrt. Pakistan und Sudan und diese ganzen Länder, die eindeutig zeigen, dass kleine Kinder verheiratet werden und sie bei der Hochzeitsnacht auch nicht mehr überleben. Weil der P-I-N-I-S des Mannes natürlich das Kind zerfetzt. Das ist unglaublich. Und dann prüft dieser Liebe zur Magie seinen Standpunkt von irgendwelchen Kuffar, die dann irgendwie gut reden und das versuchen, irgendwie in einer Art und Weise zu erklären. Zu der damaligen Zeit können wir das nicht mit der heutigen Zeit erklären. Eine Sechsjährige ist zu der damaligen Zeit nicht eine Sechsjährige wie heute zu vergleichen. Die wollen mir also weismachen, dass ein sechsjähriges Kind nicht die Reife hatte wie ein sechsjähriges Kind. Heute guckt euch bitte das an, was das für Teufel sind, Leute. Ein sechsjähriges Kind bleibt immer ein sechsjähriges Kind. Keiner von den Muslimen würde heute ein kleines Kind hier in Europa anfassen und sagen, das ist aber ein, das ist das, was mein Prophet auch gemacht hat. Nein, sie schämen sich in Grund und Boden und versuchen, das nur so zu erklären. Aber selber wollen sie nicht in die Wutstapfen ihres Propheten treten. Allah macht es möglich durch Sorge 65 Vers 4 für all diejenigen, die auf Kinder stehen, öffnet der Tür und Toren. Das kann jeder nachlesen. Ibn Kathir, Al-Khutubi, Al-Tabari, Al-Jalalayn. Und wir haben sogar den Tafsir, was ich euch gerade vorgelesen habe, von Ibn Kodama in Al-Mukni, Band 10, Seite 152, der eindeutig sagt, unter der Scharia gibt es keine Strafe für einen erwachsenen Mann, der seinen Finger in die Vulva eines kleinen Mädchens reinsteckt. Versteht ihr? Wenn eine Frau, eine erwachsene Frau den PNIS eines unter 10-jährigen Jungen in sich einführt, gibt es keine Strafe für ihn. Das ist die Schande. Unter der Scharia können die Muslime ihr Dreck ausleben. Dieser Liebe zu Khara oder was er macht, dieser Abdullah, der verteidigt Böses und Finsternis. Das müsst ihr euch mal geben. Das ist die Katastrophe, die wir hier haben. Und er will das absolut nicht zugeben. Aber mit anderen Worten hat er das ja schon quasi durch die Blume ja zugegeben. Ich will, dass der Typ, dieser Abdullah, genau wie sein Prophet, weil er ihn ja liebt, du liebst auch Rasulallah, du liebst ihn doch, dann heirate du auch mal ein sechsjähriges Kind und schlaf mit ihr mit neun Jahren. Das ist es, was ich von dir will. Wenn du deinen Propheten liebst, dann machst du das. Und du weißt, was der Herr Jesus Christus gesagt hat, für diejenigen, die Kinder anfassen. Es wäre besser, dass sie einen Mühlenstein um ihr Hals gelegt bekommen und ins tiefste Meer versunken werden. Dein Mohammed ist genau da, wo die Priester hinkommen, nämlich in der Hölle. Das war's. Lass mal, lass mal alle nur Arme und Liebe zu Adis reden. Jeder stummt sich jetzt. Nur Arme und Liebe zu Adis. Okay, ich muss bitte eine Minute. Ich muss bitte eine Minute. Lass mal nur Arme und Liebe zu Adis reden. Das wäre einfacher. Das ist auch viel schneller. Wir stimmen, alle stummt. Gib mir die Backkamera, bitte. Gib mir die Backkamera, bist du bereit oder nicht? Hallo. Amir ist bereit, die Rede. Tayyip, du hast gesagt, das bezüglich dieser Sache mit Al-Shadda, angeblich oder ein bisschen von Ibn Qadam al-Makdis Rahmatullah Ali in Al-Murni in seinem Werk. Hat er gesagt, man darf den Fingern ein kleines Mädchen und so weiter und so fort. Tayyip, Frage an dich, wie übernimmt man das dann mit der Überlieferung bei Ibn Majah, dass der Prophet Sallallahu alles gesagt hat, kein Schaden und kein Schädigen. Bitteschön. Ja, das ist ja dein Problem. Du hast ein Problem mit deiner islamischen Schrift. Es ist dein Problem mit deiner islamischen Schrift. Du siehst, das ist ein Gelehrter. Lässt du mich reden oder willst du mir in ein Wort fallen? Nein, rede. Möchtest du mir ins Wort fallen und lässt mich reden? Rede, rede. Sei mal nicht so wie ein Mädchen. Rede. Ja, also, dann fallen mir doch nicht ins Wort. Du hast ein Problem mit deiner Religion und deinen Gelehrten, weil der eine sagt so und der andere sagt so. Man kann euren Gelehrten gar nicht mehr vertrauen und ernst nehmen. Ich lache ja nur über euch. Diese Religion verachte ich ja von allen Feindern. Wenn das so ist, warum nimmst du mir wenn du nicht vertrauen kannst. Das heißt, er kann etwas Falsches gesagt. Ich nutze das gegen dich. Ja, ich nutze das gegen dich, weil es in seinem Buch verzeichnet ist. Warte, 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 warte. Willst du das leugnen? Tayyip, wenn das so ist. Willst du das leugnen? Tayyip, wenn das so ist. Willst du das leugnen? Warum nimmst du von einer Kaffee deinen Standpunkt? Ich rede doch gerade. Tayyip, was nimmst du von einer Kaffee deinen Standpunkt, wenn du so siehst? Tayyip, 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 spiel dich diese Spielchen mit mir. Tayyip, hör zu. Du sagtest letztes Mal zu mir, neun Jahre sind neun Jahre, stimmt's? Bitte? Neun Jahre sind neun Jahre, stimmt's? Neun Jahre sind neun Jahre, ja. Tayyip, warum hat der Prophet in drei Jahren gewartet? Frage an dich. Das musst du selber, die Quellen fragen. Nein. Eigentlich, wenn der wirklich, warte mal, lass mich mal reden, lass mich mal reden. Lass mich doch reden. Lass mich doch reden. Lass mich doch reden. Lass mich doch reden. Du hast gerade geantwortet. Lass mich doch kurz reden. Du hast mich doch eine Frage gestellt. Darf ich antworten? Lass mich doch reden. Aber du hast doch schon geantwortet. Jetzt bin ich dran. Liebes Leute, sag ich doch gar nicht. Lass mich doch bitte reden. Lass mich doch bitte reden. Lass mich doch nicht mal einen Schatz gesagt, Mann. Sei ruhig, wenn ich mit denen rede, sei ruhig, du. Liebes Leute, sei einfach jetzt ruhig. Amir, bitte. Abdullah, benehm dich, Mann. Benehm dich du, du kleiner Hund. Jalla rede. Ey, ich bin da nicht stumm. Du bist so ein Ekelachter, Gottsegnis. Liebe, das ist keine Liebe. Das ist keine Liebe. Sei mal ruhig, bein du dein Lieber auf. Ja, der hat ja noch Liebe zu machen. Du bist da nicht stumm, Amir, bitte. Du musst so handeln. Nein, kein Respekt vor dem Fall. Du hast kein Respekt, Habibi. Ich habe auf Arabisch beleidigt. Wo warst du mit deinem Respekt? Samen es so doppelt. Nein, ich habe mir Respekt. Ja, Gabba bin Gabba. Respekt. Hu, Hu, Kusumma. Du was? Warte, Flex. Anitek. Ah, mir bitte reden. Garba. Nein, Entschuldigung, Flex. Babylon mag geredet. Warte, Babylon. Ah, der liebes Verdienst ist weggegangen. All right. Give me the big screen, please. Weil die Djinni nicht rauskommen. Meine Lieben, ich wollte nur ein letztes Wort vertragen, weil dann gehe ich jetzt raus. Wenn, Acham, die Kälte kommt. Mach mal, Amir. Okay, Amir, es haben die Reden. Alle ruhig, alle stumm. Nein, Amir, ich will das jetzt nicht, dass ich stumm. Amir, ich gebe dir jetzt ein Knockout für dein Leben. Rana, mach mich groß, Evangelist. Knockout für Amir, ganz dein Leben. Jetzt du wirst leiten. Jetzt mach dir wieder Knockout, Leute. Schnell Aspirin nehmen. Tablette gegen Hamdi jetzt. Tablette. Religion. Der Rolle der Religion in Hinsicht Kinder. Eine kleine Mädchen mit neun Jahren gestorben. Die Katholische. Halt deinen Mund. Mit Scheiße. Das ist in der Bibel. Guck mal, was da steht, Leute. Ja, in deinem Bibel steht. Guck mal, was da steht, Leute. Lass mich ausreden, du Idiot. Lass mich ausreden, du Idiot. Lass mich ausreden. Guck mal. Guck mal. Apostolische Sekten, Leute. Apostolische Kirche. Apostolische Kirche. Kleine Mädchen. Apostolische Kirche. Apostolische Kirche. Kleine Mädchen vergewaltigt bis zum Tod. Apostolische Kirche ist tot. Amir, Amir. Hör mal. Wenn du ein Mann, lies mal das zusammen. Okay? Lies mal das zusammen. Guck mal. Apostolische Sekten, die ist am Ende. Das ist mir egal. Das ist eine Bibel. Das ist mir egal. Achso. Du bringst du dann Schia auch. Schia auch Sekte, oder? Schia auch Sekte. Achso. Die neuen Begrenzen. Vorhanden Daten zeigen, dass der Kind der... Das ist am Ende. Das ist ein Muslim. Lass mich ausreden. Warum seid ihr Angst? Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Schia, sie sind nicht Muslim? Wow. Mach mich groß. Ich weiß nicht, wie wir es in Englisch sagen. Habt ihr das gerade gesehen? Der kommt mit irgendwelchen Sekten im Christen. Das ist so krank, was der da gerade erzählt hat. Apostolischen Begrenzen. Ich hab noch nie so jemanden gesehen, der so behämmert ist wie der Kerl. Jetzt mal ernsthaft. Das ist geisteskrank, was der macht. Apostolische Sekten holt er jetzt raus. Gib mir dann nur eine Minute. Ich zerstöre alle Argumente von dem Buch. Mach Fabian groß. Danach bitte mich ein. Are you gonna make me big? Let me attack his Bible, his Quran a little bit, please? You guys let him talk? Give me, make me. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ihr könnt jetzt da weitermachen. Wir sind da wo Marjohut. Der echte ist doch. Ich wünsche euch Gottes Segen. Nehmt den Herrn Jesus Christus. Ihr habt heute die Wahrheit gesehen. Ich habe aber alles mit den Kishupten. Ich habe aber auch einen Gebet und der Kuss. Der Kuss mat Mom und die unter dem Kuss. Ich würde ihr euch an? Ich bin ein colge de Kuss. Ich habe ich dich. Ich habe ich dich. Ich habe ich das nicht. Ich habe ich bei einem. Das ist gut, das ist gut. Er ist einfach schützend. Er ist einfach schützend. Nur Mohammed hat ihn an, dass ihr euch auf dich. Er ist bei Aisha und Hafsa und Khadija. Und ihr habt ihr, ihr habt ihr und ihr euch auf dich. Mit einem Mohamed am ich. Und ihr habt ihr Menschen. Ich will das immer diesen Abou-Narren aus. Ich will all Shia-Narren, Mohammed, Mohammed. Gawawi, Gawawi. Oh, drop this guy. Oh, drop this guy. He's just insulting. He's not saying nothing. Make me close. Make me close. Let me cook. This is your Islamic shit. Muslims, look what Abu Bakr said. When you go to him, he says, Saka, the clearest of your mommy, of the mommy lot. Okay, how about Mohammed, guys? Let's read Mohammed. When people went to Mohammed, bite your father's penis. Penis. This is Mohammed. This is a prophet from Allah. And guys, we can find this in Sahih Bukhari, in Ahmed. Nereated by Abhi Ahmed. Classify Hassan. But we can find it in Sahih Bukhari. Where is this stupid Sahih Bukhari? Nereated Ahmed 2. Another one. It's all over. Now, let's go back to the Qur'an. Guys, what are we talking about? Qur'an is better, guys. Qur'an is better. Let's... Oh, whoa, 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 whoa. Look at this, guys. Look at this. Chapter 2, verse 223 in the Qur'an. Wow, guys. Allah is saying to Muslim men, your women are landfill for you. Dig as you... As you wish. Anytime you wish. Anywhere you wish. You go to Tafsir ibn Kathir. And it says to take your woman from behind. Doggy style. Allah is saying take your woman doggy style? Are you serious? Is this Allah? Is this Allah? Is this God doggy style? Wait. That's not all. Doggy style from the poop. The hole. And where you make a baby too. Both holes. And this is Tafsir ibn Abbas, guys. Ibn Abba. Filthy Allah. Dig as you wish. Anywhere you wish. In the Qur'an. Yes. Oh, guys. That's not all. I have another one. When the private part of the man goes up. Problems are coming, Allah says. When the private part goes up. Come on, guys. Babylon. This is. Babylon, brother. What's up? Can you show the people. Can you show the people the verse where Allah speaks out the shahadah? Allah, the jahil. Oh, my Allah. Oh, my Allah, guys. Oh, my Allah. Allah took the shahadah in the Qur'an. Allah, big jahil, not jahil. Huge jahil, brother. Huge. Look, look, look. Look, look. Show him the verse where Allah speaks the shahadah, the jahil. Allah, the jahil. Guys. Chapter 9, 3, verse 18. Kus ummak hamdi. Albi, albi. 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 3, verse 18. 3, verse 18. 3, verse 18. He is a big jahil. Brother, he is a big jahil. 3, verse 18. 3, verse 18. Shahid allahu, innahu la ilaha illa hu. Wow. Allah taking shahadah in the Qur'an, guys. Where is the witness? He is a jahil. Who is the witness? Allah is a jahil. Big jahil. Big jahil. Allah is a jahil. Muslim, I am after you. I destroy Islam every day. Hamdi. Ani cha al-umak wa buku khaltak wa khukhtak bghusul wahid. Babylon. Can you show, please, Allah's bed? Where is sleep? Oh, that's in the hadith. I gotta look it up. Okay. Let's stay in the Qur'an. Brother, brother. Let's stay in the Qur'an. Okay, let's stay in the Qur'an. Qur'an is the best. It's the best. Let's show them. Guys, Muslims. They say they have one Qur'an, right? Watch this, guys. Watch this. One Qur'an, right, Muslims? One Qur'an. One Qur'an. Let me see. Look at this. Say Allahu Akbar, Muslims. Say Allahu Akbar. Say Allahu Akbar. Please. You guys know only to shout and scream and insult, right? I don't insult. I just destroy, destroy. And I love to destroy Allah and Muhammad. Day and night. Day and night, guys. Day and night. Oh, look. Allahu Akbar, guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. One Qur'an, huh? Allah. 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 Astagullah. 37 Qur'an. I like this one. Astagullah. Look, look, look. That baby one. I love this one. Which one you want, Flax? This one blue? Red? I don't know. Oh, oh, oh. I can't believe this. Oxenbilla. I'm sorry, guys. Did I say black? I'm sorry. I got something for you, black. Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. What has he shown? Can someone explain it? That's 37 Qur'an. He shows the different Qur'an with the differences. Wait, 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 wait. Guys, guys, guys. I just remembered something. Allah, the most merciful, compassionate and passionate. He's racist. Watch, watch, guys. Allah jahil. Allah jahil. Jahil and racist. Allah hates the black people. Allah hates the black people. Flex, I read, you translate. Abu Darda reported that Muhammad, God messenger saying, God created Adam. Tell me when to stop so you can translate. Give me a second. Give me a second. I will be back. I'm just doing something on the back. One second. Okay. I know the hadith. I can tell it in German if you want. Okay. Tell it in German, please. So, the main thing about the Hadith is, that Allah is a piece of alcohol from Adam's shoulders und daraus ein Schwarzer entstanden ist, also daraus die Schwarzen entstanden sind, das ist der Hadith. Also die Schwarzen sind aus einem Stück Kohle entstanden, die Allah von Adam seine Schulter runtergewischt hat. Gekloppt. Black they were? Charcoal! Charcoal, guys! Und sie sagten zu den Parteien, das heißt... Hey, shut up! Shut up! Shut up! Ja, das ist alles, was Sie sagen können, Muslims. Sie können nicht sprechen, Sie können nicht über ihre Buchungen sprechen. Sie können nur über Ihre Mutter sprechen, oder? Ihre Mutter, Aisha, sie lebt mit mir alle Nacht. Also, die Schwarzen von der Seite, die Schwarzen von der Seite, die Schwarzen von der Seite, von der Seite. Und hat ihm alles, was er. Und alles dann sagt, jeder willzubilden in densound recom fewers. Allmacht Christian! Allmacht programmiert Mud چ President. Und ihr solutions wonderful! Und er sagte, denilte incentive schwarzen zu drums,��ig zu er fale crayischen fillers. Rechts! Ihr flex! Und aanl 무엇ii zu hell jetzt kommen und ich importa! Was ist das alles! ち decw natürlich! Mache. Es ist Hasan, oder? Ja! Schau, wie die Muslime die Menschen verabschieden. Schau, ich habe es einfach authentisch gemacht. Translate, translate. Er macht es durch einen Zauber gleich authentisch, weil Muslime hier bei der Einstufung gelogen haben. Sag hier drunter authentisch. Schau, ich komme mal. Warte, 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 mit einem Finger. Ja, Sahih. Oh, Sahih. Authentisch. Authentisch, Leute. In Arabisch ist es authentisch. In Englisch ist es nur Hassan. Schau, die cowards. Sie wollen die Menschen verabschieden. In Englisch ist der Hassan. In Arabischen ist der Sahih. Sie sehen, wenn wir das Wort lesen, wir sehen, dass Allah ist Zijjahim, mein Bruder. Allah ist Zijjahim. Du willst noch mehr? Du willst noch mehr, Muslime? Komm, komm, komm. Ich versuche dich. Hamdi. Du gehst, 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 gehst. Du gehst, gehst, gehst. Du gehst, jeden Tag gehst. Ich mache es. Wenn du gehst, du gehst, 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 gehst. Du gehst. Babylon, mein Bruder. Babylon, mein Bruder. Du hast die authentische Hadith, woher sie die Bunga-Bunga machen. Die Bunga-Bunga machen. Nein, ich habe das nicht. Ich muss es nachschauen. Welche Nummer ist es? Du hast es? Ich denke, ich habe es irgendwo. Wenn ich es finde, ich werde es zeigen. Hold on. Gib mir ein Moment. Ich werde es nicht mehr. Bruder, kann ich das Bild für einen Moment, bitte? Ja, ja. Geh es. Geh es, Bruder. Kannst du mir bitte den Bildschirm für eine Minute geben? Hamedi! Ich meine Aishie. Irak Style. Irak Style! What's his name who insulted me? This guy, Albi, Albi. L resumes in frontend. Babylon, Babylon. Ghabar. Don't say these words, please. Who said that? Ich exposed them. Ich sagte das. Nein, nein. Der Koran sagt nicht, dass die Menschen der Bibel der Bibel entdeckt. Wenn nicht, dann entdeckten sie Gott. Also, ich entdeckte nicht, ich entdeckte seine Mutter. Nur. Ja, ich meine, dass Jesus zu uns sagt, wir müssen uns betrachten für diese Menschen. Ja, am Abend, ich betrachte, jetzt entdeckte ich mich. Du musst dich aufzuhören, bitte. Ich bin aufzuhören, ich bin aufzuhören, ich bin aufzuhören. Ich bin aufzuhören, ich bin aufzuhören. Ich habe das zu ihnen. Warum ist Hamdi von mir weg? Anis, 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 was auch immer sein Name. Jetzt haben wir Albi. Albi, ich versuche dich, wenn, wo, wo, wo. Komm, ich bin immer in der deutschen Leben. Komm, ich versuche dich. Mein Bruder, willst du hier Anas? Ich versuche, wo du jemanden willst, ich will nicht. Ich versuche sie alle. Arabic, German, Englisch, Französisch, was auch immer du hast. Ich wollte nur mal auf die Punkte von Liebe zum Hadif gehen, nur um zu zeigen, wie er gelogen hat. Weil er hat gesagt, jüdischer Talmud, wir Christen glauben nicht an den Talmud. Aber die Muslime lieben den Talmud. Das ist ja ein Rabbiner Buch, aus dem sogar der Koran geklaut hat. Das ist kein göttliches Buch. Der Talmud ist kein göttliches Buch. Das ist ein Kommentar von Rabbinern, Mann. Der ist wahnsinnig der Typ. Ja, und sie zitieren aus diesem Buch, um uns zu widerlegen. Leute, seht ihr, das ist ein Teufel. So, der einzige Grund, warum der Prophet drei Jahre lang gewartet hat, war, weil die Mutter Eiche mästen musste. Das steht hier. Sie war körperlich unrein. Und dann will ich euch noch mal was zeigen. Nur mal zeigen. Man braucht zwei Minuten. Hier, Schock. Hochzeitsnacht. Kind verblutet. Uterus gerissen. Braut stirbt. Hochzeitsnacht. Warte. Warte, 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 warte. Jemen. Hier. Gestorben. 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 Was wollt ihr denn noch? Gestorben. Ist das dann so, dass es im Koran steht, du darfst nicht? Gestorben. 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 Das sind alles Kinder. Wir müssten weinen. Tag und nach weinen. Und hier. Pubertät. Darum beginnt sie immer früher. Das sind alle Zeitungsartikel zu Studien, die ich habe. Darum kommt die Pubertät immer früher. Das heißt, dass sie damals früher hatten. Das ist eine Lüge. Sie kommt immer früher. Hier. Das sind alles. Die Pubertät beginnt immer früher. Man hatte. Es gibt. Ich habe vier wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass sie damals zu der Zeit von Mohammed mit 16, höchstens 17 die Periode hatten. Das war das Alter damals. Das war das Alter damals. Mädchen bekommen immer früher die Pubertät. Das ist ein Phänomen von heute. Hier gibt es eine Forschung. Vor 200 Jahren hatten die Mädchen ihre erste Periode mit 17. Dazu gibt es eine wissenschaftliche Studie. Und nicht wie er sagt. Dr. John hat es gesagt. Was ist das für eine Aussage? Dr. John? Leute, Quelle. Dr. John. Hier. Vor 200 Jahren hatten die Mädchen ihre erste Periode. Heute liegt das Durchschnittsalter bei 12,8 Jahren. Das heißt, es wird immer früher. Durch die Ernährung. Durch die Hormone. Sie lügen. Sie sind professionelle Lügner. Meister der Lüge. Sie haben es von ihrem Geist. Von Allah. Von diesem Teufel. Allah. Keiner. Hier. Ich gehe nochmal durch. Leute. Ich gehe nochmal kurz durch. Gestorben. 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 Hier. Verblutet bei der Hochzeitsnacht. Hunderte Artikel. Amnesty International hat sogar eine Seite extra dafür verfasst. Amnesty International. Und der kommt mit Dr. John. Hat gesagt. Dr. John. Was ist das für ein... Das ist wie bei ARMY, als dieser Islamverstand bei dir oben war und hat gesagt, Unikliniken haben das bestätigt. Der Lebitz von Hadith ist bereit, sogar die Kufar, also eine Kafi da zu zitieren, nur um seinen Standpunkt zu prüfen. Das ist ja genauso, als würde ich auf einmal sagen, die Ahmadiyya-Gemeinde hat gesagt, dass das so und so ist. Und dann sage ich dem, akzeptiere das mal jetzt. Ich hoffe, jemand hat gesagt, das ist Ahmadiyya, das ist eine Sekte. Wir sind nicht mehr als durfte. Wir haben das erste Mal gesagt. Wir haben die Zeitgeist. Wir haben die Zeitgeist geblieben. Wir haben die Zeitgeist geblieben,私 muss das mal wöchern machen. Wir haben die Zeitgeist geblieben. Wir haben die Zeitgeist geblieben. Wir haben die Zeitgeist geblieben. Wait. Wait. quran first we will show the bad i don't care bad bad we do mutter let's stay with allah yeah let's go let's go showtime baby showtime my brother let's go for on guys for on chapter 19 verse 83 wow guys this is horrible horrible allah sent the jinns is the first that allah sent the jinns yeah the doubles the devils the shayateen to the unbelievers unbelievers yeah do you not see that we have sent allah sent the doubles so if allah sending the doubles what the satan is doing sleeping go on vacation go on vacation in german we say he gets broker guilt locker guilt why allah satan locker guilt okay inciting them to evil so he's the doubles inciting pushing pushing them the people to do more sin quran 1983 muslims allah promised you hell all of you in quran watch i need to see the verse with allah's bed man seriously leave the bed that's for mutter only babylon babylon what my brother people wants to see the verse with allah's bed let's go brother the showtime go why allah need a bed do you want to rest do you want to take his time in this bed the bed no the bed gets heavier and heavier you know that because allah gets bigger there is a hadith in which allah says that he created adam in his own image and then the next sentence adam was 60 or 90 cubits big that means yes 90 cubits yeah here we go guys guys allah in chapter 34 verse 25 he did bad things he's saying i did bad chapter 34 verse 25 guys allah in the quran says he sinned watch this i love i love uh where is he yusuf yusuf here we go says say you shall not be questioned to our sin allah is sin allah is not avoided by dear no yeah yeah nor shall we question as what you do allah's telling people don't ask me you know about my problems what i've done my sin my crimes and and i'm not gonna ask you about what you've been doing in the quran guys allah sinned chapter 34 verse 25 now you want to see the bed do you have that hadith number allah so muhammad babylon do you know what what bedding he has yes young uh uh no do you have the number uh no about a flex i have the number okay for a last bed yeah oh i have the video from rob christian okay you you want to see the video from rob christian okay he's gonna show me brother he's gonna show him for this video leute die sperrni that's allah guys that's allah oh bro 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 remove the video from youtube remove 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 we're gonna be kicked out remove okay really why you you can't they don't like it oh really we always play video in english side so caso es da will ein sasser hoch immer geserow er will was von lands salud was der vorgelesener zeigen dass es um falsch wurde wie heißt dadurch die vierte arada Das Bild sollte Allah sein. Hey Sascha, wie geht's dir, Bruder? Wie geht's dir, Bruder? Ah, Sascha, привет! Здравствуйте, товарищ! Здравствуйте, Bruder! Wo ist er? So, Mohammed God, Mohammed God, is a young man, with curly hair, Beardlet's face. What happened? Okay, Beardlet's face. Allah has no beard, guys. Allah has no beard, like a young boy, beautiful, handsome. You know, like Hamdi, or Albi, or Anas. You know, those young boys. Allah has no beard. Allah has no beard. Allah has no beard. Leute, ich bin nicht mehr lange live. Morgen ist wieder Arbeit. Noch 15 Minuten mach ich. 15 Minuten noch, Leute. 15 Minuten. Okay, kein Problem, Host. Guys, I watched part when this Dawa Ah Yakhmar came and said that Talmud the Jews, the Talmud, allowed dingin 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 with three-year-old girl. It's a lie. Actually, you can find it in Mishra Nidakh 5.4 and Sanhedrin 55b. But it's talking when that little child is grave, where his law is broken, actually. And if you just read a little bit further, for example, in Mishra Nidakh 13b, verse 5-7, you can see the same rabbis who wrote Mishra wrote whoever sleep with little children that are not yet reach puberty and cannot bear the children. They are like a leper. They are like very bad persons who delay coming of Meshaya. Also, you can go to Kedushin 14.1a, verse 8. And it's clearly said that you cannot marry a little child, a little girl that she did not even reach puberty. And even to, like, marry her, she needs to accept it. So she needs to reach at least, like, for the rabbis, was like 12, 12 and a half years in science of puberty. And after engagement and everything, you need to wait one more year. So that girl should have at least 13, 13 and a half years to get married. Yeah, it's a small number, but it's not three. So this guy was lying. Or he didn't know how the Mishnah actually worked? He searched in Google, and he didn't... How can I say it for you? He didn't do that. Yeah, I get you, brother. I get you. Yeah, I understand. I actually studied that. I'm not Yahudi, my friend. I'm not Jew. But I studied it. Literally, whoever don't believe me, just put it on Sefaria. Just go to, like, Google and type it Sefaria Mishnah Nidah 13B. And you will find it, Mishnah Nidah 13B. And verse 5 to 7 is talking literally that people who sleep with little children are the bastards who delaying coming of Mishah. Also, if you type it on Google, like searching Sefaria, Kedushin 41A, verse 8, it literally show you that it's forbidden. So this idiot, or he does not know what he's talking about, or he's just, you know, like mean, lying. I think, well, Abu Ahab. I will call him like that. Guys, I love you all. God bless you all. I gotta go. I'm gonna lose you anyway. I'm driving. Yes, sir. Babylon. Go ahead. Okay, I think. Yeah, okay, okay, okay. Okay, Babylon, no problem. You take a break. And yeah, I would say thank you a lot that you've been here exposing them. Yeah, you know, this is our job to expose their face. I think we have more hadiths to show, but I think you have a lot to do, so you just figure, you just do your thing, and we speak later, brother. Yeah, I gotta go pick up my load, so. Okay. It's been ready for a while, so I just stopped, because I saw those filthy dawa guys, and I like to cook dawa guys. Oh, yeah. Oh, yeah, absolutely. If they come back, call me back. I'll be back. Babylon, listen, bro. Yes, sir. Just to know, Itachi now is my wife, you know. It's okay. It's okay. You can give it to me, because in Islam, right hand with this, it's halal. Oh, guys, guys. Sasha or Flex, look up Muhammad. He used to be a swinger. He exchanged wives with a sahaba, until Allah told him to stop, to stop exchanging your wife Muhammad. Muhammad, bad boy. Muhammad, jahil, bad boy. Don't change, exchange your wife. Hey, hey. Babylon. 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 Do you know the first where Muhammad banged all his wife in one night? I showed you the hadith, right? Yeah. There's another one. One hour, brother. One hour. One hour. One hour. One hour with one wash. Guys, Muhammad was so fast. He was like a rabbit. In out. In out. In out. In out. Fast, fast, fast. That's it. Allah. No babies. Allah. Allah. This guy is fast. We're going to. Yeah, others. Aisha said Muhammad had... Sorry, sorry, brother. Talk, talk. Also, this, this Dawa guy, that came here, he did not show you like Islam QA. You can go to Islam QA, most famous Islamic page done by professor from Medina. You just type it Islam QA one, 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 I think seven, two, eight. I must check it. Literally said that you can sleep with little children before puberty. I know all the Mufassadin, all the scholars says you can marry a child and you can sleep with her like the model, a role model, Muhammad. Yeah, brother. You have to, you have to... They are literally admitted. To nine year old. One, two, seven, zero, eight. Yeah. Wow. Just, just type it, everybody here. You can even, you can put German, German translation. My, my beloved. This Muslim who came up, he, he don't deny it. He tried to fix the problem a little bit, you know? Justify. Justify, yes. This is all what he said. Because he's a Muslim. He knows that his sources says about the child marriage. He knows everything. Right. Because he lives, he lives under, he lives under the, under the majority of the unbelievers and he have to lie. It's called taqiyya. He makes taqiyya. Yeah. If you, if you like it, if you want it, just send me requests, send me messages. And I will send you literally sources from the Talmud. That literally, disproved is Yekmar. Leute, ich wollte den Screen beenden, aber ich wollte noch wichtige Worte sagen. Auf jeden Fall an die knapp 500 Zuschauer. Wer möchte, kann mir gerne folgen, mich auch gerne unterstützen. Mir reicht es einfach nur, wenn ihr mir folgt. Ihr müsst mir keine Geschenke geben. Ich möchte auch nichts annehmen. Alles, was ihr mir gebt, kriegt ihr auch wieder zurück. Einfach nur folgen. Ich möchte euch etwas sagen, Leute. Und es geht hier um die Ewigkeit. Der Herr Jesus Christus sagt in Johannes 3, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und darum bitte jeden Einzelnen, der jetzt hier drin ist und auf der Suche ist nach der Wahrheit, frage noch Gott. Und ich möchte dir zwei, drei Bibelferse vorlesen. Denn wir haben einen Gott der Lebendigen und nicht einen Gott der Toten. Und dieser Gott, der mich vom ganzen Herzen anbieten wird, entgegen mir 29, Vers 13, ist ein Versprechen. Denn wir haben einen heiligen Gott und einen gerechten Gott. Das heißt, ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Es ist ein Versprechen. Und dieser Gott verspricht es dir. Wenn du vom ganzen Herzen nach ihm schreist, er wird dein Geschreier erhöhen und er wird sich dir so annehmen, wie du bist. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und es heißt in Matthäus 7,7, bittet, so werdet ihr euch aufgetan. So werdet ihr finden, klopft an, so werdet euch aufgetan. Und der Herr wird diese Tür öffnen. Aber bist du auch bereit, dein Herz zu öffnen? Bist du bereit, wirklich auf die Knie zu gehen und aufrichtig einmal noch Gott zu fragen? Nicht dieses halbherzige, Gott komm her, nein. Bist du einmal bereit, dich wirklich zu demütigen? Denn es steht geschrieben, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen. Ihn gibt er Gnade. Darum demütigt euch. Und nehmt eure Maske ab und erkenne, dass du arm und erbärmlich bist. Denn diese Welt ist eine vergängliche Welt. Alles, was du hier erarbeitet hast, ist alles vergänglich. Es ist alles ein Haschen nach Wind. König Salomon hat selbst gesagt, alles ist ein Haschen nach Wind. Und darum sage ich dir, mach dir Gedanken um deine Ewigkeit. Wo wird deine Ewigkeit sein? Denn die Bibel kennt nur zwei Wege, Gerettete und Verlorene. Auf welchem Weg befindest du dich? Weil eines Tages wärst du vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Dann ist es Gesetz, dass der Mensch einmal sterbt, danach aber das Gericht. Dann ist es schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Denn du musst Rechenschaft ablegen für jedes unnützliche Wort, was du geredet hast. Und darum sandte Gott seinen Sohn, in die Welt. Denn es steht geschrieben, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt sandte. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben bekommt. Und du hast das Anrecht, ein Kind Gottes heute zu sein. Denn es steht geschrieben, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, ein Kind Gottes zu werden. Du kannst heute zu ihm kommen, mit deinem Schmutz, mit deinen Sohn, mit deinen ganzen Sünden und er wird dich annehmen, so wie du bist. Er möchte dein Herz nehmen. Deswegen nehme ich euch. Seid aufrichtig. Und ich sage dir, er nimmt dich so an, wie du bist. Denn er wascht dich rein von deinen Sünden. Er ist für dich ans Kreuz gegangen, am dritten Tag auferstanden. Wenn du das glaubst, wirst du selig sein. Denn es steht geschrieben, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und darum sage ich euch, ihr seid alle heute herzlich eingeladen. Egal was du getan hast, du kannst ein Mörder sein. Egal was du getan hast, er nimmt dich so an, wie du bist. Und darum sage ich dir, geh doch mal auf deine Knie und frag heute nach diesem Gott mit deinen ganzen Herzen. So, das waren sehr schöne Worte. Leute, Applaus für ihn. Amen. Das war eine wirkliche Worte. Eine wirkliche Worte. Eine gute Worte. Der Herr segne euch an. Ich liebe Jesus Christus, sein Angesicht über euch leuchten lassen und euch immer in der Gnade bewahrt. Das ist ja die Gnade auch. Voll empfängt. Ja. Leute, ich streame noch. Eine halbe Stunde heute. Kommt gerne zu mir. Der ist ja richtig am Rauchen, der Flexi. Das kann nicht wahr sein, ey. Ey. Ich würde jetzt den Bukhari fest zitieren. Ich würde jetzt den Bukhari fest zitieren, Flex aus wäre so böse. Leute, ich fliege auf. Slava Bogo. My language. Slava Bogo. Gute Nacht. Gute Nacht. Wenn einer noch bleibt, Gott ist es wegen. Gott ist es wegen. Gott ist es wegen. Und danke für alle, die mir gefolgt sind. Ich bedanke mich bei jedem einzelnen. Und Leute, ihr müsst mir nichts geben. Alles, was ihr mir gibt, kriegt ihr alles dreifach zurück. Denn das Evangelium ist umsonst. Umsonst habt ihr es empfangen. Und umsonst predigen wir das Evangelium zu passend oder unpassend Zeit. Denn wir reden für Menschen, wir reden für Gott. Und wir verkündigen uns nicht selbst, sondern wir verkündigen Christus, Jesus, unseren Herrn, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Darum gute Nacht und Gottes Segen ruhig.